Leute, heute ist der dunkelste Tag in der Freundschaft von Joey und mir. Aber hallo. Wenn ihr wüsstet, wie böse er gerade innerlich auf mich ist. Wir haben gerade eine halbe Stunde lang aufgenommen und plötzlich geht das Kabel von meinem Mikrofon einfach ganz langsam ohne mein Mikrofon auf den Boden und meine Aufnahme wurde einfach nicht gespeichert. Meine komplette Aufnahme ist weg. Und ja, wir haben gerade eine halbe Stunde geredet und wir hatten sowieso ungefähr den schlimmsten Tag unseres Lebens bisher, weil wir einfach wasted as fuck vom Wochenende sind. Mein Kopf ist auch so richtig leer gerade. Ja, es ist alles leer. Ich fühle mich gerade richtig depressiv einfach, weil wir haben eine halbe Stunde. So schön geredet. Wirklich, Julia, ich habe gerade so Anxiety-Schübe, dass wieder irgendwas anderes an deinem Aufnahmegerät nicht geht. Weil das Ding ist, Leute, in so ziemlich jeder Folge, die wir bisher aufgenommen haben, hat irgendwas bei Julia nicht gestimmt technisch. Einmal war der Ton total krisselig, einmal hat sie ihr Tonaufnahmegerät komplett vergessen und musste ein anderes benutzen, wo denn der Ton anders war. Lauter so eine Kacke. Und wir haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir in Kraft gesetzt haben, um diese Tonspuren irgendwie anzugleichen. Und heute zum Finale nehmen wir eine halbe Stunde auf und die Kacke bricht einfach ab. Und man sieht noch so, ich sehe noch so ganz langsam, wie dieses Kabel von Julias Mikrofon sich löst. Und denke mir so, ist jetzt nicht schon wieder ihr Ernst? Ich kann nicht mehr, Julia. Wie sollen wir über Jahre diesen Podcast aufnehmen, wenn in dem ersten Monat schon so viel passiert? Joey, es tut mir leid, okay? Du darfst dir wirklich irgendwas aussuchen, was ich für dich tun muss. Ich putze dein ganzes Haus. Ich mache alles, was du willst. Es tut mir leid. Leute, ihr könnt auch gerne, wenn ihr auf YouTube guckt, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns Nachrichten irgendeine Idee, was ich tun kann, um dieses Fauxpas wieder gut zu machen. Weil ich kann mir absolut vorstellen, dass ich dich so hassen würde, wenn es andersrum wäre. Wirklich, es tut mir so leid. Oh, es ist wirklich schlimm. Naja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, die wird super, Leute. Wir erzählen euch jetzt alles nochmal, obwohl wir es schon wissen, gegenseitig. It's gonna be great. It's gonna be so great. Aber vielleicht macht es das ja nochmal ein bisschen lustiger. Das Ding ist, ich werde heute viel über Julia ranten, weil sie mir generell im Wochenende schon mega auf den Sack ging. Und deswegen passt das jetzt eigentlich ganz gut, dass ich jetzt auch noch so negativ ihr gegenüber generell eingestellt bin. Weil eigentlich war ich schon wieder so an dem Stadium, wo ich so dachte, naja, ist halt Julia, ich liebe sie trotzdem. Aber jetzt denke ich mir so, jetzt kriegst du auf die Fresse, du Alte. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es an dem Punkt jetzt auch einfach verdient. Ja, allerdings. Ja, ich habe es tatsächlich einfach verdient. Okay, Leute, also, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Wir waren zusammen auf einem Festival. Und es ist so viel Scheiße passiert, dass wir einfach sowieso schon komplett am Ende sind. Ich kann nicht mehr. Joey kann nicht mehr. Unser Leben ist sowieso schon am Tiefpunkt angelangt. Wir wollen beide einfach nur pennen und nichts tun und gegen die Wand starren. Und jetzt ist das gerade auch noch passiert. Das hat einfach den absoluten Vogel abgeschossen. Ja, wo fangt man denn an? Man muss dazu sagen, Leute, wir nehmen gerade auf, es ist mittlerweile 13 Uhr. Eigentlich haben wir um 12 Uhr aufgenommen. 13 Uhr am Montagmittag. Und ich war bis gestern, also ich bin gestern Abend erst wieder hier angekommen zu Hause. Und ich habe den Kater meines Lebens zweimal hintereinander gehabt. Und ich bin einfach, ich bin completely wasted einfach. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte so, ich habe keine Kraft, um jetzt aus dem Bett auszusteigen. Und ich habe heute Morgen einfach eine Netflix-Serie zu Ende geguckt, die eigentlich einfach nur witzig ist. Uncoupled heißt die. Wusstest du ja noch gar nicht, woher, ne? Ne, wusste ich noch gar nicht. Und wusstest du übrigens, dass für mich das Wort Uncoupled einfach klingt wie sowas wie Temptation Island für Arme? Ja, ich weiß, es klingt wie voll nach Reality-TV, aber es ist im Endeffekt einfach nur eine, so eine romantische Comedy-Serie mit Neil Patrick Harris, von Barney Stinson, von How I Met Your Mother. Also sie ist wirklich cool. Ja, das ist cool. Und vor allem, es ist eine schwule Serie. Also es geht um so schwule Romanzen. Das ist so weird einfach, weil Uncoupled, ohne Spaß, ich habe das vorhin schon erzählt, aber ich finde Uncoupled klingt einfach, als würden ein Pärchen auseinandergerissen werden und jeweils irgendwie so tun müssen, als wären sie wieder Single, dass sie irgendwie zwei Wochen alleine in eine Bude eingesperrt werden und ihr Leben alleine hinkriegen müssen oder so. Ja, stimmt. Irgendwie sowas, so klingt das. Aber nein, es ist eine romantische Netflix-Serie. Das passt einfach null. Es geht einfach darum, ohne jetzt spoilern zu wollen, das kriegt man auch schon im Trailer raus, dass einfach so ein Pärchen auseinandergeht und der eine kommt damit besser klar als der andere. Also sie haben sich entkappelt und das erzählt quasi die Geschichte von dem einen, der nicht so gut damit klarkommt. Ey, aber dann ist es ja eigentlich genau das, nur halt in hochwertig und professionell und nicht Trash. Ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich das alles gar nicht erzählen. Das ist übrigens keine Werbung hier, Leute. Ich mochte aber die Serie, um ehrlich zu sein, sehr, sehr gern. Aber in der letzten Folge war einfach so eine ganz kurze Szene von einer schwulen Hochzeit und ich habe richtig geflennt einfach. Und es war nicht mal irgendwas Krasses. Es war diese typische Szene von einer Hochzeit, so von wegen, ihr dürft euch jetzt beide küssen und dann klatscht die Mama mit Tränen in den Augen und ich habe sofort mitgeheult, Julia. Also es war nicht mal irgendwas krass Emotionales. Nein, es war einfach eine Hochzeit. Irgendwie, dass der kurz vorher gestorbene Vater ihn nicht zum Altar führen konnte oder sowas. Es war gar nichts, sondern einfach nur eine hübsche Hochzeit. Es ist einfach eine romantische Komödie, Julia. Da gibt es nichts Tragisches oder irgendwas Tiefsinniges oder sowas. Es war einfach nur zwei Männer stehen da, geben sich einen Kuss und ich habe geheult. Oh mein Gott. Man könnte fast meinen, du hast deine Tage oder so. Ja, tatsächlich. Aber habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Sehr gut. Mein Hund hat sie immer noch, aber richtig nervig. Ehrlich? Ja. Also eigentlich sagt man... Jetzt aber lange, also meine sind schon lang vorbei. Ja, wie lange gehen die bei einem Menschen? Eine Woche. Aber bei mir auch immer nur so drei Tage. Ich glaube, ich habe einfach Glück im Leben gehabt damit. Also bei einem Hund sagt man so ein bis zwei Wochen, aber es sind ja jetzt schon über zwei Wochen bei Poppy. Also ich sage mal so, es kommt nicht mehr so viel raus, aber sie hat immer noch die Scheide des Lebens, Alter. Die ist so riesig. Vor allem die Scheide des Lebens. Oh Gott, was? Hast du gerade gesagt, dass sie eine große Scheide hat? Sie hat eine Monsterscheide. Vor allem Poppy ist ja winzig klein eigentlich und sie hatte immer, und du weißt es auch, ihre Scheide war so klein, die sah nicht echt aus. Ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr so genau an ihre Scheide. Ey, das war doch immer das Erste, was ich allen Menschen gezeigt habe. Guck dir mal diese kleine Scheide an. Vielleicht habe ich das verdrängt, ich weiß es nicht. Aber okay, dann ist ihre Scheide vielleicht jetzt einfach normal groß geworden, weil sie jetzt ein großes Mädchen ist. Nee, die ist immer noch angeschwollen. Und vor allem sind auch ihre Brüste angeschwollen. Das ist so crazy. Ist das bei dir auch so, wenn du deine Tage hast? Nee, mir fällt das leider tatsächlich nicht auf. Ich finde das total doof sogar, weil, also was heißt doof? Das ist praktisch, kann ich immer die gleichen BHs tragen. Aber bei voll vielen ist das so, dass die, während die Leute ihre Tage, die Leute, während die Leute ihre Tage haben, dass die Brüsteanschwellen dann größer oder praller sind. Und ich denke mir immer so, geil, bei mir nicht. Ja, scheiße. Bei mir passiert nichts. Aber hätte jetzt auch sein können, dass das bei Menschen gar nicht der Fall ist. Deswegen habe ich dich gefragt, weißt du? Doch, ich glaube schon. Also, so wie ich das immer von anderen Leuten höre, ja. Ich bin anscheinend sonderbar. Scheiße. Du bist auf jeden Fall sonderbar, was deinen Umgang mit Technik angeht, ey. Ja, das ist irgendwie so. Ey, ich habe so Paranoia jetzt die ganze Zeit, dass hier alles kaputt geht, ne? Ich auch. Ich werfe dich aus dem Fenster, wenn jetzt dieser Ton wieder nicht da ist bei dir, ey. Ich schwöre. Oh mein Gott. Nein, es wird alles in Ordnung sein. Auf jeden Fall. Es läuft alles. Hilfe. Auf jeden Fall hat Poppy ganz kleine Nippel gehabt, schon immer. Aber die waren gar nicht irgendwie, die standen nicht hervor. Und jetzt hat die so richtig, nicht nur die Nippel sind jetzt da, sondern auch richtig so der Ansatz ihrer Brüste quasi. Die hat richtige Euter. Echt? Ja. Das habe ich aber noch nie gesehen bei einem Hund irgendwie. Doch, also die hat... Ja gut, ich habe auch nicht so viele Hundeäuter gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass die scheinträchtig wird. Das kann nämlich passieren, dass Hunde bei, ich weiß gar nicht, ob das bei der ersten Periode oder immer so ist, dass die quasi sich so da reinsteigern, dass sie sogar Milch produzieren und so weiter und dann wirklich quasi so tun, als wären sie trächtig, als hätten sie gerade da Kinder in sich. Okay, Joey, I think it's time for the Tierarzt again. Once again. Nein, aber warum den Tierarzt? Der kann ja nichts daran ändern, dass gerade Hormone freigesetzt werden in ihrem Körper. Nee, das ist relativ... Also es kann passieren, es ist nichts Ungewöhnliches. Also ich habe auch schon mit anderen drüber geredet. Das Problem ist nur, Wummel, als die das erste Mal schwanger war, also der Hund meiner Eltern, die ist so krank gealtert in diesen paar Monaten, dass ich mir so denke, nein, Poppy, du darfst keine Kinder kriegen. Du wirst dann so schnell alt und grau und dann wirst du halt nicht mehr schön knackig. Oha, jetzt sei mal nicht so. Nein. Du bist immer nur auf das Äußerliche bei Poppy gedingst. Nein, also ja, klar ist das auch äußerlich, aber die ist halt richtig, die ist wirklich gealtert. Also auch einfach körperlich. Die hüpft jetzt nicht mehr so hoch. Krass, aber wie alt war sie? Wie alt war sie, als sie schwanger war? Die war schon relativ alt dafür. Also ich glaube, die Tierärztin meinte, wenn sie noch schwanger werden sollte, dann müsste das jetzt sein, sonst später würde es quasi ungesund werden. Dann könnte es Komplikationen geben quasi. Aber ich weiß nicht mehr, wie alt sie da war. Ja gut. Naja. Ja, aber dann ist sie jetzt halt eine süße Omi. Ist doch auch schön. Ja, sie ist eine richtige Omi geworden. Und manchmal erinnert sie mich auch an meine Oma. Okay, das ist irgendwie weird. Aber sie ist halt, sie benimmt sich halt wie eine Oma. Auch so was die Gelenke angeht. Und sie meckert auch so rum wie meine Oma beim Laufen. Wie alt ist sie denn jetzt? Womit ist jetzt zehn geworden dieses Jahr? Ja, dann ist sie ja auch langsam einfach eine kleine Omi. Ja, die Arme. Dann lass sie doch ihr natürliches Habitat und ihre natürliche Art und Weise einfach mal ausleben. Ja, aber Poppy muss mit einem Jahr noch nicht schwanger werden und Mutter werden. Das soll mein kleines Kind bleiben. Okay. Ja, dann halt Poppy doch einmal mal im Zaun. Ich hab auch keine Ahnung, wie wir jetzt darauf gekommen sind, Julia. Ich weiß es gerade auch nicht. Wieso reden wir jetzt gerade darüber, ob Poppy schwanger wird oder nicht? Haben wir jetzt überhaupt schon über das Festival geredet? Nein! Also, ich fang jetzt mal an. Also, wir waren beim Sonne-Mond-Sterne-Festival. Vielleicht kennen das einige von euch. Das ist ein Techno-Festival. Keine Ahnung, warum wir schon wieder auf so einem Elektro-Ding waren. Eigentlich ist Elektro gar nicht so richtig meine krasse Musikrichtung, die ich immer höre. Nee, same. Und das wird man an der Story, die Joey gleich erzählt, auch noch erkennen, dass das nicht meine Musikrichtung ist. Ich kam auf jeden Fall mit Wolfgang zusammen am Freitagnachmittag an. Und Julia kam zu uns gerannt, so von wegen, boah, ich würde am liebsten jetzt schon fahren. Mir geht's so schlecht. Ihr habt so kacke geschlafen. Mir ist kalt. Und wirklich so, Julia, mit der übelsten Fresse begrüßt sie uns schon. Ehrlich? Ja, also, du warst richtig pisst einfach. Echt? Oh mein Gott. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass es so schlimm war. Aber ja, ich hatte tatsächlich, ich glaube, die schlimmste Nacht meines Lebens. Wir sind da ja auf einem Campingplatz. Und wir haben zwar superschöne Zelte und es ist alles super toll da. Aber wir hatten diesmal, und das klingt so krank abgehoben jetzt schon, ne? Wir hatten keine Matratze. Und wir dachten aber, dass wir Matratzen haben. Deswegen habe ich jetzt keine Isomatte oder sowas mitgenommen, weil wir das letztes Mal auch nicht machen mussten. Aber wir hatten dann halt nur so Sonnenliegen-mäßige Teile. Also das waren so wie Liegen. Also man nennt das auch Feldbetten, Leute. Aber Julia weiß nicht, was ein Feldbett ist. Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll mir mal bitte erklären, wie da so die Schlafsituation ist. Weil sie schon eine Nacht vorher da war. Und sie schickt mir so ein Video. Und sagt so, ja Joey, pass auf, so sieht das hier aus. Wir haben hier so komische Liegen, wo wir drauf schlafen können. Und man hört nur so von einer anderen Person aus dem Hintergrund, Julia, das heißt Feldbetten. Ja genau, also so Zeltbetten haben wir hier. Und dann kommt wieder aus dem Hintergrund, Julia, Feldbetten! Ich habe in meinem Leben das Wort Feldbett noch nie gehört. Das sind halt einfach nur so kleine Klappbetten, so aufstellbare Klappbetten. So relativ einfach. Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber das Ding ist, das Witzigste ist, ich erinnere mich an diese Konversation nicht mal. Ich habe mich bis gerade, wusste ich wieder nicht, dass es Feldbett heißt, weil ich einfach, ich habe das einfach komplett verdrängt. Und ich habe nicht mal Alkohol getrunken Donnerstag. Es war nicht mal so, dass ich wieder einen Filmriss hatte von irgendwas wegen irgendwie zu viel Alkoholeskapaden oder so. Nein, ich glaube, ich war einfach nur am Ende, Donnerstag schon, bevor das Festival überhaupt losging. Weil ich kam direkt vom Dreh aus Bayerisch Zell, bin ich vier Stunden zum Festival gebrettert, alleine mit meinem Auto. Ich war irgendwie um 22.30 Uhr, 23 Uhr oder so da und konnte da schon irgendwie, hatte da schon keine Gehirnkapazitäten mehr. Und deswegen, ja, kann ich mich nicht mal mehr daran erinnern. Dann gab es nicht mal eine Matratze. Aber das Ding ist, es war halt schweinekalt, weil diese Feldbetten, die waren so Luftdurchnicht. Also es war so ein Netz, was die so als Oberfläche hatten. Und deswegen kam die kalte Luft nachts rein. Genau, wie bei so einer Strandliege oder so halt war das so ein bisschen. Und ich sowieso, ich bin auch ein bisschen dumm, Leute. Ich bin auch ein bisschen selber schuld, aber ich habe wirklich in meinem Leben noch nie nachts so einen kalten Arsch gehabt. Weil ich kann halt nicht mit Hose schlafen. Ich kann einfach, egal wie kalt es ist, ich kann keine Hose nachts anziehen. Und dann lag halt mein nackter Arsch auf diesem Feldbett. Und es waren irgendwie nachts so, keine Ahnung, 10 Grad oder so. Und ich habe meinen Arsch abgefroren. Aber sowas von Deluxe. Allerdings lag es nicht nur an mir, sondern das komplette Camp, also alle Leute, die da waren am nächsten Morgen. Das einzige Thema war, wie arschkalt es in der Nacht war. Also keiner kam klar. Entweder haben alle mit ihrem nackten Arsch auf dem Feldbett gelegen. Das glaube ich aber nicht. Also ich glaube, es war einfach wirklich ultra kalt. Das heißt, ihr könnt einfach froh sein, dass ihr nicht da wart, Donnerstag auf Freitag. Wir sind dann nämlich noch zum Baumarkt gefahren, Regina und ich, am Freitagmorgen. Und haben einfach den kompletten Baumarkt leer gekauft. Alle Picknickdecken mit so Isolationen, nicht Isolationen, wie heißt das, mit so Alu-Beschichtung. Ja, ja, ich glaube, es ist aber trotzdem so Isolationen. Ja, das hast du ganz gut erklärt. Ja, kann sein. Hat sich gerade nicht dumm angehört. Okay, aus und Weise mal. Wir haben all diese Picknickdecken leer gekauft. Wir haben alle Isomatten, die die hatten, gekauft. Es waren zwei. Die hatten noch drei Schlafsäcke, die haben wir gekauft. Und weil es sonst dann nichts mehr gab und wir nicht für alle was bekommen hätten, haben wir dann noch so diese silbernen Beschichtungen, die man für Autoscheiben kauft, gekauft. Weißt du, also die für die Frontscheibe, die du da drüber packst, damit das Auto nicht so krass aufheizt. Ja. Aber das Ding ist, wenn du jetzt schon anfängst, über Regina zu reden, die lag in der letzten Nacht einfach in diesem Container, wo die Duschkabinen drin sind. Ja, das habe ich bei Instagram gesehen, weil ich bin schon einen Tag vorher gefahren und dann habe ich wirklich, ja. Die hat einfach in diesem Gang zwischen, in diesem kleinen schmalen Gang zwischen Waschbecken und Duschkabinen, hat die einfach ihr Feldbett da hingestellt und hat diesen, da waren so kleine Heizkörper drin. Die hat sich auf 30 Grad gestellt und hat dann da drin gepennt. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil es war so arschkalt. Von Donnerstag auf Freitag ging gar nicht. Also erstens war es ultra kalt und zweitens war es halt auch noch so, dass die ganzen Camps um uns rum irgendwie ihre eigenen kleinen Bühnen aufgebaut haben und dann bis 4, 5 Uhr morgens oder so durchgängig Musik gepumpt haben. Und das Allerschlimmste war, die haben die ganze Zeit, ich glaube das ist von Star Wars, von Star Wars dieses eine komische Lied gemacht. Nein, das ist nicht von Star Wars. Ich meine schon, die anderen haben das gesagt. Ja? Ja, ich kannte das Lied nicht und die anderen haben gesagt, das ist von Star Wars. Auf jeden Fall war das so ein Lied, wo dann die ganze Zeit so eine komische Melodie kam. So, let's play the same song again. Oder auf Deutsch, ich weiß nicht mehr, ob es Deutsch oder Englisch war. Und dann kam er in Dauerschleife quasi, die ganze Nacht. Und dann kam es in Dauerschleife und immer wieder nach zwei Minuten kam dieses, let's play the same song again. Do you want to hear the same song again? Yes, I want to hear the same song again. Und dann, das ging irgendwie, dieses ganze Lied war zehn Minuten lang und das kam immer und immer und immer wieder. Und dann hat das um 4, 5 Uhr oder so irgendwann aufgehört. Und um 6.30 Uhr fing die einfach plötzlich an, so richtig laut Pipi Langstrumpf zu pumpen. Wo ich mir auch so dachte, es kann doch nicht sein, haben die alle einen kompletten Dachschaden hier. Aber das ist halt wirklich so, dieses Festival ist anscheinend auch dafür bekannt, dass das richtig durch die Nacht durchgeht und dann auch bis in den Morgen rein. Ja, das stimmt. Weil da haben irgendwie Headliner noch irgendwie um 5 Uhr morgens gespielt und so. Das war crazy. Das war krank. Und du hast wirklich die ganze Nacht aus allen Bühnen richtig kranken Techno rausgepumpt gehört. Und wirklich, es hat sich durchgängig wie Baustelle angehört. Es war so schlimm, da zu schlafen. Trotz Oropax. Das Ding ist halt, wir sind auch selber schuld. Wir gehen auf so ein Festival. Wir wissen, das wird die ganze Nacht durchgehen. Und wir sind aber solche Omis, die dann halt um 2, 3 Uhr irgendwie schlafen gehen. Ja, kein Wunder, dass wir da nicht pennen können. Sonst sind wir halt auch selber schuld. Also darüber würde ich mich jetzt nicht beschweren. Aber, ja. Ja. Du warst dann ja von Freitag auf Samstag auch da. Ja, wir sind einfach alt, das stimmt. Aber ich finde, am Freitag habe ich ganz gut durchgehalten. Und vor allem, ich hatte am Samstag einen richtig, richtig schlimmen Kater. Und den gleichen Kater hatte ich, wie gesagt, auch nochmal am Sonntagmorgen. Und ich glaube, deswegen geht es mir jetzt auch so schlecht. Ich fühle mich so richtig emotional so durchgenudelt. Ich kann nicht mehr. Aber ich glaube, das ist auch normal. Wenn du von einem Festival kommst und dich nicht so fühlst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Das stimmt. Und, also, wir wollten an dieser Stelle dieses Festival gar nicht schlecht drehen. Es war richtig cool. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Ja, es war wirklich sehr cool. Aber anscheinend war ich nicht sehr cool. Und Joey wollte mir gerade, als wir aufgehört haben, also, als mein Mikrofon vor Paar passiert ist, hat er mir angefangen zu erzählen, wie unfassbar nervig ich wirklich war. Und Leute? Ich glaube, ich sollte es dir auch wirklich nochmal erzählen, damit du es dir nochmal so auf der Zunge zergehen lassen kannst. Also, passt auf, Leute. Wie gesagt, wir sind angekommen und Julia hatte schon so die Fresse gezogen von wegen, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich wäre jetzt nach Hause. Wo du dir so denkst, wenn du so ankommst gerade, willst du genau sowas hören. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ey. Alles scheiße. Das lag aber, Leute, ganz kurz, das lag nicht am Festival oder sowas. Ich hatte wirklich eigentlich voll viel Spaß da. Die Leute waren cool, die Musik war cool, alles war eigentlich mega cool. Aber ich bin halt auch so eine Hohlbirne. Ich bin seit, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen am Durcharbeiten, schlafe die ganze Zeit nicht zu Hause, habe keinen Tag Ruhe. Und dann meine ich erstmal, auf ein Festival gehen zu müssen. Und ich glaube, deswegen war meine Grundstimmung einfach so ein bisschen gereizter, als sie normalerweise gewesen wäre. Und wenn ich dann auch noch nicht schlafen kann, dann kriege ich die absolute Vollkrise. Hey, ich glaube, jeder kann relate, wenn es um Camping geht, dass das auch kacke sein kann, wenn man nicht richtig vorbereitet ist. Das Ding ist, Wolfgang und ich hatten einfach eine selbstaufblasbare Luftmatratze dann mitgenommen, die 1,60m breit war. Aber wir hatten eine geile Nacht. Es war halt nur laut, so. Ja. Wir haben auf jeden Fall nicht gefroren. Aber egal, so, Julia hatte eh schon nicht so die beste Stimmung. Und man muss dazu sagen, wenn Julia betrunken ist, das weiß ich inzwischen, dann verhält sie sich schon sehr anders. Nimmt wenig Rücksicht auf andere Menschen. Oha, das klingt wirklich, als wäre ich die schlimmste Person ever, Joey. Das stimmt doch jetzt auch nicht. Ich habe dir gesagt, ich werde dich jetzt hier fertig machen, weil ich sauer bin, dass du diesen Podcast nicht aufgenommen hast. Ja, aber das war doch nur jetzt dieses Wochenende, sonst bin ich doch gar nicht so schlimm. Ja, wir trinken halt auch nicht so oft zusammen Alkohol, ich weiß ja nicht. Du musst mal irgendwann nochmal ein Wochenende zu uns kommen und dann saufen wir mal zu dritt hier. Und dann gucken wir mal, wie du dich dann verhältst. Einfach um das zu analysieren, oder was? Um mal zu gucken, was dann passiert, ja. Bin gespannt. Okay. Das Ding ist, einmal haben wir sogar, wir haben letztes Jahr hier Einweihungsparty gemacht und da war Julia auch da. Ja, da war ich länger da als du, weil du nämlich um zwölf oder so einfach pennen gegangen bist. Der ist einfach gegangen. Ich bin nicht pennen gegangen, ich lag leider, ich hing über der Schüssel dann ab zwölf Uhr, es war richtig Krise einfach. Auf jeden Fall, Matthias und ich waren dann irgendwann komplett alleine mit Wolfgang unten, haben auf den Boden gelegen und uns gedacht, ja kommt Joey eigentlich nochmal oder was ist jetzt hier? Ja stimmt, ihr wart auf die letzten dann. Spoiler, er kam nicht mehr. Auf jeden Fall hat dann anscheinend Wolfgang dafür gesorgt, dass du gut dabei warst, alkoholtechnisch gesehen und ich hab's nicht mitbekommen. Ich weiß nicht mal, wie du drauf warst, Julia. Ich war super funny. Wolfgang fand mich toll. Ich bin auch immer super funny, aber dieses Wochenende war ich anscheinend nicht super funny. Also Julia ist wirklich, wir sind zur ersten Bühne gegangen, zur Mainstage und da hat Fritz Kalkbrenner gespielt und der macht eher so ein bisschen ruhigere Elektromusik, aber man kann super entspannt dazu tanzen. Fahrstuhlmusik macht der. Und wirklich nach fünf Minuten sagt er, oh können wir jetzt eigentlich mal gehen? Ist voll langweilig hier. Die Musik ist ja übelst scheiße und macht dann übelst treibend verrückt. Das hab ich gar nicht so gesagt. Julia, wollen wir jetzt hier ehrlich sein? Oder nicht? Du hast gesagt, die Musik ist voll scheiße, dann klar hast du das gesagt. Oh Gott. Ey Fritz, tut mir leid, ne? Aber war auch irgendwie so. Ey sorry, aber ich weiß nicht, ich kam damit irgendwie nicht klar. Die war zwar ruhig und chillig und so, aber was soll ich denn damit am Festival? Naja, ich wüsste, was ich damit machen sollte. So als Hintergrundmusik, wenn man irgendwie so zusammen chillt. Okay, aber das war halt so, ja. Und jetzt? Julia ist dann auf jeden Fall. Wir haben uns dann entschieden, ja okay, wenn es ihr nicht gefällt. Und es waren auch noch zwei, drei andere Leute dabei, die auch nicht so begeistert von der Musik waren. Dachten wir so, komm, bleiben wir lieber als Gruppe zusammen, gehen woanders hin. Und Julia rennt durch diese Menge voraus. Ihr müsst euch vorstellen, da sind 30.000 Menschen auf diesem Festival. Da ist überall Menschengedränge. Und man kennt das ja, dass man sich eigentlich, gerade wenn man aus einer Menschenmasse rauskommt bei einem Konzert oder so, dann nimmt man sich so in die Hand in einer Reihe und dann geht man da quasi so als eine Reihe so da durch. So und Julia rennt einfach vorweg und weg ist sie. Wir müssen irgendwie versuchen hinterher zu kommen, damit wir sie nicht verlieren. Weil wir ja auch nicht wollen, dass sie ganz alleine dann hier rumirrt. So wie bei so einem kleinen Kind. Ja, ich weiß. Guck mal Leute, das ist eins meiner Main-Probleme, wenn ich betrunken bin und ich bin sehr schnell betrunken. Also ich habe nicht mal so geisteskrank viel getrunken, aber das wirkt einfach sehr schnell bei mir. Ich renne einfach weg. Ich renne vor allem weg. Und das ist so bekloppt, weil ich finde das dann auch immer selbst noch total lustig. Und ich kann nichts dafür. Ich weiß im nüchternen Zustand und normalerweise, ich weiß, wie unfassbar nervig das ist, weil ich habe auch so Freunde, die so sind. Und ich kriege jedes Mal die absolute Vollkrise, wenn das so ist. Aber ich laufe dann weg. Ich finde das total lustig, wegzurennen und lache mich auch dabei selber noch kaputt und freue mich darüber. Das Ding ist, du bist die einzige meiner Freunde, die so ist. Deswegen war ich auch so richtig überfordert an dem Abend. Echt? Ach so. Ja. Ich kenne viele, die so sind. Und deswegen dachte ich irgendwie, der passt schon. Wir sind dann auf jeden Fall von Bühne zu Bühne gegangen. Und Julia ist alle zehn Minuten dann genervt gewesen und dachte sich so, ja, können wir jetzt woanders hingehen? Und wir haben das Spiel auch wirklich so eine Stunde, anderthalb gespielt, bis dann Wolfgang schon so meinte, als Julia wieder vorausgerannt ist, ja, wenn wir sie jetzt verlieren, ich renne nicht mehr hinterher. Das kann sie jetzt so schön selber hier machen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe das wirklich absolut nicht realisiert, wie nervig ich wirklich war. Wenn ich das jetzt höre, es ist einfach, es ist mir so peinlich. Und ich könnte so verstehen, wenn Wolfgang mich einfach für immer hasst. Nein, so schlimm war es auch nicht. Es war schon auch witzig, weil danach ist eine sehr, sehr lustige Situation passiert. Dieses Festival war an einem großen See und es hatte so einen richtig geilen Sandstrand. Und Julia rennt an diesen Strand, an das Ufer, guckt da so ein bisschen ins Wasser rein. Und auf einmal fängt sie an, mit ihren Buffalo-Schuhen, die ja auch wirklich über die Knöchel gehen, sind so richtige fette Treter, in dieses Wasser reinzulaufen. Und wir gucken uns da alle schon so an von wegen, was passiert denn jetzt gerade? Dann guckt Julia nochmal so nach hinten, so von wegen, ja, ich mach das jetzt. Und auf einmal steht die Mitschuhen knietief in diesem See drin. Wir dachten uns wirklich, okay, die ist jetzt komplett lost hier. Die Alte muss ganz dringend ins Bett. Das war so erfrischend. Es war wirklich einfach nur, guck mal, es war einfach nur super smart schnell gehandelt. Ja, super smart. Weil ich hatte total schmerzende Füße. Mir war extrem warm, weil ich halt so dicke Treter anhatte. Und ich dachte, wie kriege ich jetzt meine Füße wieder angenehm temperiert? Ich gehe in den See. Ja, aber dass es irgendwann auch nochmal kalt werden könnte an dem Abend mit komplett nassen Schuhen, daran hast du nicht so gedacht, ne? Nee, daran habe ich nicht so gedacht. Du hast auch nicht daran gedacht, dass es da zwei, naja, so anderthalb Meter neben dir so drei Typen geben könnte, die einfach voll vom Ufer aus in diesen See reingepisst haben und quasi du in ihrer Pisse rumgehüpft bist, wie so eine kleine, süße Hüpfmaus. Ey Leute, ne, das war wirklich der filmreifste Moment des ganzen Wochenendes, wirklich. Ich stand knietief in dem Wasser. Joey, Wolfgang und Max, also die, mit Max waren wir auch noch unterwegs, Max Leinfelder, kamen zu mir, standen am Ufer, haben mich einfach nur alle drei blöd angeguckt. Ich super happy und plötzlich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Max, oder? Ich glaube Max, ja. Ich glaube Max hat dann so gesagt, ey Julia, guck mal nach links, ich drehe mich um und sehe, wie so drei Typen komplett synchron im hohen Bogen gleichzeitig in den See pissen. Stimmt, die standen ja auch dann auch wirklich direkt mit dem Penis zu dir gedreht, ne? Ja, die standen mit ihrem Schniedel zu mir gedreht, alle komplett synchron im gleichen Abstand nebeneinander, haben im gleichen Bogen da reingepisst und mich angegrinst. Ja, und haben dich dann auch so richtig schön ausgelacht von wegen, ja, du hüpfst gerade in unserem Urin drin. Ja, genau. Das war wirklich wie in so einem schlechten Adam Sandler Film oder so, komplett lost einfach. Alle fanden es lustig und ich dachte mir nur so, ja, mega geil. Ja, das war auf jeden Fall richtig Absturz. Und es war einfach nur eine Stunde oder anderthalb Stunden, nachdem ich diese Story auf Instagram hochgeladen habe, von wegen, die nächste Podcast-Folge wird wieder die Absturz-Folge und direkt der Absturz ist passiert so. Ja, und das Allerschlimmste war, dadurch, dass diese Schuhe ja so extrem dick waren, ne? Ich musste einfach am nächsten Morgen, ich konnte diese Schuhe nicht anziehen, weil alles arschkalt war, also es war halt wieder eine super kalte Nacht und es war halt zusätzlich auch noch irgendwie total nass. Ich glaube, es hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es geregnet hat in der Nacht oder was es war. Nein, es war einfach Tau. Aber es war einfach extrem klamm, alles war klamm, deswegen konnte ich noch schlechter schlafen als die Nacht davor und bin dann irgendwann, wollte dann irgendwann in mein Auto gehen und da weiterschlafen. Aber, da meine Schuhe, die neben meinem Feldbett standen, so extrem nass waren und ich vor allen Dingen, ich musste erst mal überlegen, ich so, hä, warum sind denn meine Schuhe so nass? Und irgendwann ist es mir dann wieder eingefallen. Deswegen wollte ich die dann auch nicht mehr anziehen, weil ich dachte, da sind voll gepisste Schuhe. Also, kein Bock da jetzt wieder reinzuschlüpfen, bin ich einfach über den schmerzhaftesten Schotter über, äh, äh, zu meinem Auto barfuß gelaufen, weil da meine anderen Schuhe drin waren. Ja, scheiße. Das war wirklich, das war so richtig Karma. Ja, das war wirklich Karma. Das war wirklich extrem so ein, ja, Julia, das hast du jetzt davon, vom Universum, ja. Und ich gönne es dir auch ein bisschen. Das ist okay, ich kann es nachvollziehen. Gerade, gerade heute bei dieser Podcastaufnahme gönne ich es dir noch ein bisschen mehr. Nein, Leute, um das mal klarzustellen, ich bin nicht, ich bin nicht sauer auf Julia. Also, ich bin menschlich ein bisschen enttäuscht, aber ich weiß nicht, ob es das besser macht, ne? Nee, ich finde, enttäuscht ist in allen Lebenslagen noch viel schlimmer, als sauer zu sein. Das stimmt, ne? Enttäuscht ist das Allerschlimmste. Das ist auch immer, wenn meine Mutter früher, wenn ich irgendwas gemacht habe, was kacke war und meine Mutter, oh nee, wenn mein Vater das gemacht hat, das war am allerschlimmsten. Wenn mein Vater gesagt hat, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Ja. Das war das allerschlimmste Gefühl ever. Das stimmt, aber egal, wer das zu dir sagt. Der ist wirklich, mein Papa ist super lieb, wie nennt man das, lange tolerant so quasi. Bei ihm dauert es lange, bis so die Schmerzensgrenze erreicht ist und wenn er sauer ist, dann ist er auch immer nur kurz sauer, dann meckert er dich kurz an und dann ist es in Ordnung wieder. Aber wenn er enttäuscht ist, dann ist er enttäuscht. Ja. Und wenn du dieses Level erreicht hast, dann ist es wirklich nicht mehr lustig. Das merkt man dann auch noch über Tage so hinweg, dass da was in der Luft hängt und man kriegt es einfach nicht weg, weil Enttäuschung, die braucht Zeit. Genau, das ist halt echt so. Da reicht keine Entschuldigung. Sauer sein, wenn die Eltern sauer sind, ja mein Gott, gehst halt ein bisschen in dein Zimmer, zeigst denen dein Gesicht nicht mehr und dann ist auch wieder in Ordnung. Aber enttäuscht sein, das ist nicht so cool. Es ist wirklich schlimm. Aber ja, ich glaube, es liegt wirklich dann an so bestimmter elektronischer Musik. Da kann ich einfach nicht. Das ist dann irgendwie die ganze Zeit das Gleiche und es passiert nicht. Also, dass es keinen Text gibt, das ist okay. Damit komme ich klar. Ich finde auch Musik ohne Text cool. Aber die meiste elektronische Musik ist irgendwie so eintönig. Und dann bin ich irgendwie nach zehn Minuten gelangweilt. Ich habe halt so eine krass niedrige Aufmerksamkeitsspanne bei Sachen, die langweilig sind. Verständlich. Aber ey, nein, mir ist das auch aufgefallen. Wir waren ja jetzt wirklich sehr knapp hintereinander auf zwei elektronischen Festivals und es war eigentlich mehr wie ein riesiger Open-Air-Club, wo du von Bühne zu, wo du von Floor zu Floor rennen kannst und da halt tanzen kannst, als ein Festival im klassischen Sinne. Also, weil halt einfach, es ist halt einfach nur ein DJ da und der macht Musik und klar, der unterhält auch die Leute da, aber es ist nicht dieses wie ein Rock-Festival, wo da eine Band steht, die singt und die auch interagiert mit der Crowd. Ich glaube, du musst da einfach der Typ für sein, das ist es halt. Ja, und das geht halt auch. Und ich glaube, voll viele können absolut null relaten, was wir jetzt gerade sagen. Aber ich bin halt so krass an Musik mit Text gewöhnt. Obwohl ich auch sagen muss, ganz ehrlich, bei der Techno-Stage, wo wir die ganze Zeit eigentlich gesagt haben, das klingt nach Baustelle, da habe ich am allerlängsten durchgehalten und da fand ich es sogar echt cool. Da war ich dann nachher auch nochmal alleine ohne euch, als wir euch dann wirklich verloren haben, war ich dann nochmal bei der Techno-Stage, ich glaube sogar irgendwie so eine Dreiviertelstunde lang oder so und habe da voll Spaß gehabt. Das fand ich dann auf einmal super, ich weiß auch nicht. Obwohl das echt doll war, also das war, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es war wirklich Baustellen-Style. Ja, und das fand ich toll. Aber ja, also ich bin halt auch generell nicht so die krasse Party-Maus, also ich brauche jetzt wirklich nicht jedes Wochenende so einen Club, wo ich jetzt updancen kann und so. Nee, ich auch nicht. Und ich weiß nicht so, ich glaube, das nächste Festival, wo ich hingehe, wird dann mal wieder so was traditionell rockigeres. Wo man dann auch mal sich in so einen Moshpit schmeißen kann und wo man auch mal mitgrölen kann. Das Mitgrölen hat mir auch gefehlt, weißt du? Durch dieses Mitgrölen fühlst du dich so krass verbunden zu dem Interpreten, der da auf der Bühne steht. Und dann ist man so, jeder ist so, man fühlt sich so als Teil des großen Ganzen. Alle Menschen gehören so zu sich gegenseitig dazu und das fehlt natürlich auch so ein bisschen bei so einer Club-Stimmung halt, weil jeder tanzt halt so für sich in seinem Grüppchen. Ja, und das ist ja auch auf eine Art und Weise total cool. Aber ich muss sagen, ich habe genau das Gleiche, weil gestern, ihr denkt alle, ich habe einen vollkommenen Knall. Ich beschwere mich die ganze Zeit darüber, dass ich zu viel mache. Ich war gestern dann auch noch bei einem Crow-Konzert in Kassel. Ja, aber ich habe vor Monaten meiner Schwester versprochen, dass ich mit ihr da hingehe, weil sie unbedingt zum Crow-Konzert wollte und niemand sie nach Kassel fahren wollte. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann komme ich einfach mit. Ich kaufe mir auch eine Karte mit einer Freundin von mir und dann gehen wir da hin, weil ich habe eh Bock, Crow mal zu sehen. Und ja, das war dann natürlich nochmal absoluter Overkill vom eh schon stressigen, die ganze Zeit hin und her Düsenleben. Nochmal zwei Stunden mal eben nach Kassel fahren, um auf ein Konzert zu gehen. Aber da muss ich sagen, das war wieder richtig geil, was mir glaube ich am Wochenende so ein bisschen teilweise gefehlt hat, weil man einfach so mitgrüllen konnte und so gegenseitig auch so, ich habe die ganze Zeit mit meiner Freundin zusammen, wir haben uns gegenseitig angeschrien und angesungen. Das macht halt einfach ultra viel Spaß und ich glaube, wenn bei diesen Festivals teilweise immer mal wieder zwischendurch jemand kommt, der auch singt, wo ich mitgrüllen kann, dann wäre es wieder was anderes. Aber ich glaube, das war einfach zu doll pur nur das. Ja, das stimmt. Aber weißt du was, Julia, reicht es auch, über Festivals zu reden. Wir reden schon fast seit 40 Minuten über dieses Festival. Boah, und alle denken sich so, ja Leute, können ja mal aufhören, über euch zu reden. Ich weiß nicht, was ein Festival sein soll. Ich war da noch nie. Könnt ihr mal bitte über was Spannendes reden? Ja, vor allen Dingen so, wie wir da jetzt drüber geredet haben, keiner wäre mir mit zum Festival gehen. Jemals. Mir so, es ist nass, es ist kalt, es nervt. Ja, wir sind halt auch nervige, verwöhnte Mistkinder, muss man auch mal an diesem Punkt sagen. Aber ey. Nee, aber eigentlich war es total toll. Als ich einmal in diesem Camp lag, in der letzten Nacht, meinte ich auch so zu Wolfgang, eigentlich voll schön. Stell dir vor, wir würden jetzt hier in den kanadischen Rocky Mountains in unserem Zelt liegen und jetzt grölt hier noch von Weitem so ein Elch und gleich hüpft noch so ein Eichhörnchen über unser Zelt drüber. Ich fand es voll romantisch dann auch irgendwie, obwohl ich eigentlich wirklich, ich hasse Campen. Aber so, wenn man sich drauf einlässt, ist auch so in einem Zelt mal so schlafen und man kuschelt sich so zusammen und es ist so, hat auch irgendwas Romantisches irgendwie, oder? Ich fand es irgendwie schön. Voll, ich finde es auch voll schön. Ich will auch unbedingt eigentlich mal so in einem Auto campen. Ich sehe ganz oft auf TikTok diese Date-Ideas, wo Leute ihr Auto zu einem, also die Rückbank zurückklappen und dann das quasi so zu einem Bett machen und da dann halt einfach schlafen in so einer Sommernacht irgendwie. Voll schön! Ja, aber irgendwie bleibt man dann doch lieber in seinem eigenen Bett und ich muss auch sagen, ich habe deutlich besser letzte Nacht geschlafen, als ich wieder zu Hause war. Ja, gut, das ist ja aber klar, ne? Aber ich habe gestern, ähm, ich habe gestern, nee, vorgestern auf dem Camp eine Baby-Blindschleiche gesehen und die war so süß, ich habe sie sogar in die Hand genommen, Julia, die war so niedlich. Du bist so ekelhaft, wirklich. Das ist eine kleine Minischlange und ich bin auch kein riesen Schlangen-Fan, aber die war so klein und süß, du hättest sie auch auf die Hand genommen und sie süß gefunden. Ich bin mal auf eine Blindschleiche draufgetreten. Ja, danke für diese tolle Story. Ich habe sie getötet. Glaube ich dir. Ich musste immer durch den Wald zur Schule laufen, zur Bushaltestelle und ich bin immer mit meiner Nachbarin gelaufen und die hat einmal, also als wir da langgelaufen sind morgens, so richtig laut angefangen zu schrien. Zu schrien? Zu schreien! Also, da würde ich gleich nochmal ins Bett gehen. Ich kann wirklich gleich nochmal ins Bett gehen, ne? Ohne Spaß, ich bin sowas von lost. Aber ich glaube ich auch. Die hat richtig krass angefangen zu schreien und dann habe ich auch angefangen zu schreien und bin dann so getapselt irgendwie. Ich weiß nicht, manchmal, wenn du dich erschreckst, manchmal fange ich dann an so zu hopsen irgendwie. Ja, ich kann es mir vorstellen. Und dann bin ich einfach auf diese Blindschleiche gehopst, weswegen sie geschrien hat. Und dann habe ich einfach die Blindschleiche getötet. Das war echt schlimm. Ja, okay, aber es war ja aus Versehen, du warst jetzt nicht so ein nerviges Kackkind, was irgendwie alle Tiere, die es schlimm fand, einfach getötet hat. Ne, sowas könnte ich niemals machen. Auch Appell jetzt mal. Generell, auch Spinnen töten und sowas, das könnte ich gar nicht. Danke, danke, genau das wollte ich gerade sagen. Man kann Spinnen auch einfach in ein Glas nehmen und nach draußen bringen. Man muss die nicht immer einsaugen oder zertreten oder sowas. Und wenn man selber zu viel Angst davor hat, verstehe ich auch. Aber dann sucht euch jemanden, der keine Angst vor einer Spinne hat und die mit einem Glas raustragen kann. Meine Güte, die muss nicht gleich sterben. Spinnen sind voll wichtig. Boah, ich komme mir gerade vor wie so ein richtiger Vater, ey. Echt so? Ne, aber es ist ja auch so. Ich finde das auch voll schrecklich. Vor allen Dingen dieses Einsaugen und Runterspülen und sowas. Das muss doch so ein schmerzhafter Tod sein. Das ist doch grausam. Oh mein Gott, aber ich habe eine richtig krasse Story zu spinnen für dich, Julia. Oh Gott, erzähl. Soll ich erzählen? Ja, erzähl. Das ist meine einzige, also das ist wirklich eine Sache, die bereue ich im Nachhinein. Aber ich hatte keine andere Wahl. Und ich wüsste gar nicht, ob wenn es nochmal so passieren würde, ob ich es nicht wieder so tun würde. Weil es war schon grenzwertig. Ich war nach dem Abi ja für sieben Monate in Australien. Und was hast du getan? Und man weiß ja, in Australien sind die Viecher nochmal ein bisschen größer. Und ich bin für zwei Wochen, also ich habe da immer so bei Familien gelebt. Und habe für die gearbeitet. Und die Familie, wo ich gerade war, bei denen war ich noch nicht lange. Und deswegen wollten die mich nicht alleine zu Hause lassen. Und ich bin bei Freunden von denen dann untergekommen, während die im Urlaub waren. Und diese Freunde waren so ein bisschen, also waren auch eher so weit entfernte Freunde. Die waren halt ein bisschen eigen, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall hat der Typ von diesem Ehepaar Schlangen gezüchtet in seinem Keller. Und der war generell, was so Tiere, diese ganzen Krabbelfiecher anging, war der sehr angetan. Und auf jeden Fall habe ich bei denen, die hatten quasi wie so eine Garage, die umgebaut war zu einem Büro mit Bett drin. Also es war so eine kleine Hütte quasi, in der ich gewohnt habe. Und er hatte seinen Schreibtisch da drin und hat da so seinen Papierkram gemacht. Und ich habe die erste Nacht dort drin schlafen wollen und gucke so an die Wand und sehe die größte Spinne, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Die war größer als meine Hand, mit meinen Fingern einberechnet. Also das war ein riesiges Vieh, komplett haarig. Ich habe diese Spinne, wie gesagt, an der Wand gesehen. Ich weiß inzwischen, es war eine Huntsman-Spider, so heißt die. Und die sind komplett ungefährlich. Die sind zwar riesengroß, aber die haben kein Gift in sich. Das heißt, die können zwar beißen, aber es passiert nichts. Also Spinnen generell sind ja... Außer, dass es wahrscheinlich voll weh tut, weil sie riesig ist. Ja, aber Spinnen sind ja super, super scheue Tiere. Also die würden niemals einfach so, ohne dass du was tust, zu dir kommen und in deine Hand beißen oder sowas. So, auch nicht nachts. Warum sollten die das tun? Warum? Passiert halt eigentlich nicht. So, aber ich hatte... Kennst du dieses Gerücht oder diesen Spruch, dass du irgendwie sieben Spinnen in deinem Leben im Schlaf isst oder so? Im Durchschnitt? Das ist schon echt eklig. Aber meinst du, das stimmt? Nee. Das musst du mal fact checken. Fact checken, ja. Also ich kann es mir vorstellen, sieben im Leben klingt auch gar nicht so viel. Nee, klingt es auch nicht, aber woher weiß man das? Also woher willst du überhaupt diese... Wie kam diese Studie zustande? Hm. Ich habe keine Ahnung. Das frage ich mich halt schon. Ja. Naja, egal. Erzähl weiter. Sorry. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ich kann jetzt hier nicht schlafen, wenn diese Monsterspinne da genau vor meinem Bett an dieser Wand da ist. Ich muss jetzt hier was tun. Und ganz ehrlich, die war so groß, die hätte in kein Glas gepasst, die hätte auch in keinen anderen Behälter gepasst. Und ich hätte mich auch nicht getraut, mit irgendeinem Behälter an sie zu kommen, wo sie sich noch quasi, wo sie noch wegkrabbeln könnte oder sowas. Ich hatte wirklich richtig doll Angst. Ja, vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, was das für eine Spinne ist, die könnte ja easy giftig sein, vor allen Dingen in Australien. Ja. Eben, also in Australien leben die giftigsten Spinnen der Welt, so weißt du. Auf jeden Fall habe ich dann... Was hast du gemacht? Ich kann mir wirklich absolut nicht vorstellen, was jetzt kommt. Pass auf, ich habe richtig verzweifelt in dieser kleinen Garage, in der ich gelebt habe, nach Insektenspray gesucht oder beziehungsweise nach irgendeinem Spray, was die töten könnte, weil ich dachte, ich kann die jetzt nicht hier bleiben lassen, es geht nicht. Und ich habe wirklich Insektenspray gefunden, was eigentlich, glaube ich, so für Ameisen oder so kleines Viehzeug war, weißt du? Also es war nicht gegen Spinnen und Julia, ich musste die halbe Flasche dieses Insektensprays auf diese Spinne sprühen, bis die sich nicht mehr bewegt hat und ich habe quasi zugesehen, wie diese Spinne ganz langsam gestorben und krepiert ist. Es war so schlimm. Ach du Scheiße, Joey. Ich habe... Ich glaube, ich hätte nicht mal das mich getraut, weil ich gedacht hätte, dass diese Spinne einfach extrem krass aggressiv wird, wenn du da so dieses Ameisenspray auf sie sprichst. Das Ding ist, ich hatte dann schon angefangen und dann habe ich gemerkt, sie versucht sich irgendwie dagegen zu wehren und dann hatte ich erst recht Panik und ich dachte so, ne, jetzt muss ich erst recht drauf halten, weißt du? Ja, dann musst du. Ich hatte so einen richtigen Adrenalinschub und dachte, jetzt hast du damit angefangen, jetzt musst du es durchziehen. Und dann ist diese Spinne wirklich so ganz langsam daran gestorben und wirklich, ich habe übelst schlechte Gewissen, wenn ich das erzähle, weil es hat mir so unglaublich leid getan, weil, wie gesagt... Ich wollte gerade sagen, wie lange hattest du ein schlechtes Gewissen, weil du hattest ja am Wochenende auch schon ungefähr so fünf Stunden lang Dauerschlechtes Gewissen, weil du zu viel Ei vom Buffet genommen hast, dachtest du? Nein, aber pass auf, die Story wird noch schlimmer, was schlechtes Gewissen anging. Ich konnte dann erstmal natürlich die halbe Nacht nicht schlafen, weil ich war erstmal safe vor der Spinne, aber wie gesagt, ich muss halt richtig anschauen, wie die gestorben ist, was mir wirklich leid getan hat. Und dann am nächsten Morgen rede ich halt so mit den Leuten, wo ich halt gewohnt habe oder bei denen zum Frühstück und dann meinte er so zu mir am Frühstückstisch, ah, übrigens, falls du diese eine Spinne siehst, er hat sogar einen Namen genannt, nennen wir sie jetzt einfach mal Sabrina. Falls du Sabrina siehst, du brauchst wirklich gar keine Angst vor ihr haben, das ist eine Huntsman-Spider und die lebt schon seit Jahren mit mir in der Garage drin, die ist super lieb und es ist quasi so mein Haustier. Oh mein Gott! Und ich sitze da, kaufe gerade so auf meinem Brötchen und denke mir so, fuck, ich habe Sabrina getötet. Gleichzeitig dachte ich mir aber auch, was bist du für ein kranker Freak, dass du einfach am nächsten Tag erst davon erzählst, dass du eine riesige Huntsman-Spider als Haustier in der Hütte hältst, wo ich schlafen soll. Ich komme aus Europa, da gibt es nicht solche Spinnen. Ja, das ist wirklich absolut absurd. Also er ist fast ein bisschen selber schuld, dass du seine Sabrina getötet hast, aber was hast du dann gesagt? Hast du das dann erzählt? Nein, ich habe es so getan, als hätte ich Sabrina noch nie gesehen und das Ding ist, ich habe zwei Wochen dann bei denen übernachtet, bis ja ich wieder zur ursprünglichen Familie kam und er hat mehrmals in diesen zwei Wochen erwähnt, wie komisch er es findet, dass Sabrina nicht mehr hervorkommt. Oh mein Gott, nein, er wird einfach für immer denken, Sabrina hat ihn einfach verlassen. Wo hast du Sabrina denn hingetan? Hast du sie einfach das Klo runtergespült oder was? Nein, ich musste gerade drüber nachdenken, was ich denn mit der Leiche gemacht habe, aber ich glaube, ich habe die dann irgendwie mit irgendwas genommen und habe die in den Kamin dort reingetan. Oh, ach du Scheiße. Da war so ein kleiner Kamin drin. So ein richtig krasser Mörder bist du. Ja, ich habe mich auch so gefühlt, Julia. Ich habe mich auch wirklich so gefühlt, als wäre ich so dieser Typ von You. Kennst du die Serie, wo der immer alle tötet, in die er sich verliebt? Aber die Spinner hätte ich mich nicht verliebt, ey. Naja. Oh Gott. Auf jeden Fall. Das klingt richtig hart. Das war so schlimm, ey. Und die Spinner hat mir dann natürlich noch mehr leidgetan. Und auch wenn er ein kranker Freak war, er hat mir dann auch leidgetan. Weißt du was? Ich glaube, Karma hat mich danach direkt bestraft, weil dort in diesen zwei Wochen habe ich eine Blinddarmentzündung bekommen, die dann meinen Blinddarm im Endeffekt hat platzen lassen, weswegen ich wirklich ganz kurz davor gewesen bin, abzukratzen. Und eventuell hat es an der Tötung von Sabrina gelegen. Ach du Scheiße. Ja, ne? Ist mir gerade eingefallen, dass es ja da passiert ist. Das ist hartes Karma. Das wäre krankes Karma. Das ist wirklich hartes Karma. Vielleicht hat die ja so eine ganz tiefe Bedeutung für mich. Oh mein Gott. Und du bringst sie einfach um. Ey, aber ganz ehrlich. Welcher Gott sucht für jemand einen Schutzengel aus in Form einer riesigen Spinne? Also da ist er auch selber dran schuld. Das stimmt halt auch wieder. Joey. Übrigens. Mir ist was in den Sinn gekommen. Das ist aber schön. Ich habe mir eine neue Kategorie überlegt, glaube ich. Nein. Echt? Und zwar habe ich gestern darüber nachgedacht, dass es ja super viele Dinge gibt, von denen wir einfach nicht wissen, wie sie heißen, obwohl wir sie jeden Tag benutzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Wie nennst du das Teil, womit du den Wasserhahn anmachst? Wasserhahn? Nein. Nee, das Teil, womit du den so hoch und runter machst, damit da Wasser rauskommt und warmes Wasser und kaltes Wasser, womit du das einstellst. Wie heißt das Ding? Ja, aber man sagt doch einfach, ich betätige den Wasserhahn. Ja, aber es gibt noch einen extra Namen für das Ding. Wie nennst du das? Ja, du machst den Wasserhahn an. Okay, ja. Aber dieses Teil hat auch noch einen Namen. Aber ich dachte, das ist Teil des Wasserhahns. Deswegen habe ich da nie... Nein, es hat einen Namen. Echt? Genauso wie dieser Pömpel im Waschbecken, womit du das Waschbecken zumachst. Das hat ja auch einen Namen. Okay. Okay, wie heißt das? Aber wir nennen es ja... Es heißt einfach... Wasserhahngriff! Nein! Doch! Ein Handmischer! Ja, genau! Ein Handmischer. Ja, aber das ist ja so eine Fachsprache. Nein, ich meine es ernst! Hm? Aber das ist ja so eine Fachsprache. So ein Fliesenleger wüsste das wahrscheinlich. Also so ein Sanitärmensch meine ich, nicht ein Fliesenleger. Ja, aber wir alle wissen das nicht. Wir normalen Menschen wissen das nicht. Ja, aber das musst du ja auch nicht wissen, weil du sagst ja, ich betätige den Wasserhahn. Das ist eine Kackkategorie. Ich finde es aber voll spannend. Ich finde es voll spannend. Och Mann! Oder Joey zum Beispiel, das Teil... Matthias ist gerade da, der weiß das. Wie heißt nochmal dieses Teil in einem Ringbuchordner, was das zumacht? Tippklemme! Was? Ich weiß auch nicht, was du meinst. Was für eine Klemme? Ja, bei so einem Ordner. Bei so einem ganz normalen Aktenordner. Ah! Womit du das so festmachst. Das ist vielleicht ein besseres Beispiel so. Da weißt du ja wirklich nicht, wie du es nennen sollst. Ja, aber ich hätte einfach... Da sagst du ja nicht, ich schließe den Ordner. Ja, aber Klemme hätte ich einfach gesagt. Die Klemme. Och Mann, Joey, jetzt nervst du mich. Der findet das gar nicht cool. Nein, das ist voll dumm. Er findet das voll nicht spannend. Ich finde es voll krass einleuchtend einfach. Pass auf, für die nächste Folge gebe ich dir nochmal eine Chance und dann suchst du mal coole Begriffe raus, wo man nicht einfach nur Klemme oder Griff dazu sagen könnte. Und dann probieren wir es nochmal. Aber wenn es dann wieder so wird, dann hast du leider versagt, was diese Kategorie angeht. Okay? Okay, ich versuch's nochmal. Aber ich fand's eigentlich toll. Naja, dann nicht. Aber wollen wir jetzt noch diese eine, wenn wir jetzt eh schon über Spinnen gesprochen haben, wollen wir noch diese eine erzählen? Oh Gott, was war das denn nochmal? Da haben wir irgendein Video gedreht. Das war schon krass, weil im Endeffekt ist rausgekommen, dass ich eine Spinne bei mir zu Hause hatte, die nicht einheimisch ist. Und das war schon so ein bisschen scary. Also wir haben ein Video gedreht und mussten dann, weil irgendwie Rauch entstanden ist, wir haben irgendwas angekokelt oder sowas in meinem Drehzimmer. Und dann mussten wir diesen… Mein T-Shirt haben wir angekokelt. Was nicht mein T-Shirt war, sondern das T-Shirt von Matthias, weswegen er jetzt nicht mehr will, dass ich seine Klamotten trage. Oh, interessant. Davon weiß ich gar nichts mehr. Auf jeden Fall mussten wir diesen Rauch rauskriegen und wir haben quasi versucht, mit einem übelst krassen Ventilator, diesen Rauch aus dem Zimmer durch die Fenster wieder rauszupusten. Und dabei sind wir mit dem Ventilator auch hinter diesen riesigen Kleiderschrank gekommen. Also quasi der Wind ist hinter diesen Kleiderschrank so durchgezogen und hat dann eine Spinne, die dort hinten gelebt hat, hervorgebracht. Und die ist dann quasi so geflüchtet von ihrem Zuhause und ist über den Schrank dann auf den Boden gekommen. Und das war auch ein richtig dickes Teil. Also sowas sieht man in Deutschland nicht. Also sie war generell nicht so groß, aber sie hatte so einen richtig fetten Körper und das ist ja schon was super Ungewöhnliches. Und sie war so schwarz-braun gestreift und hatte richtig so einen haarigen Körper, also sie hatte quasi so richtiges Fell. Also das kennt man ja auch nicht aus Deutschland. Und die hatte auch so richtig krasse Fangzähne, ne? Also die sah aus wie so eine, also sie hätte safe giftig sein können. Sie sah aus wie so eine richtige Comic-Spinne. Wie man so eine Spinne im Comic zeichnen würde, mit so sechs Augen und Zähnen und so. Stimmt, ja. So sah sie aus. Stimmt, genau so. Also wirklich so ein Teil, wo du Respekt vorhast, was du jetzt nicht einfach so in die Hand nehmen würdest. Auch wenn du jetzt keine Angst vor Spinnen hast. Und auf jeden Fall kam dann heraus, ich hab ja, ihr kennt ja bestimmt alle Insect House Adi, das ist dieser Typ, der so einen richtig kranken Instagram-Account hat, wo er seine ganzen Insekten zeigt. Und dem hab ich eine DM geschrieben und meinte so, also ich hab ihm ein Foto davon geschickt, hab gefragt, alter, was ist das hier für eine Spinne, die ist doch nicht von hier. Und er so, nee, nee. Und dann hat er mir quasi so einen Wikipedia-Artikel geschickt, dass das so eine mediterrane Spinne ist, die giftig ist, zwar nicht irgendwie tödlich giftig, aber giftig ist und dass die höchstwahrscheinlich der Vormieter dieses Hauses einfach irgendwie vom Urlaub in seinem Koffer mit angeschleppt hat und seitdem wohnte die, ich weiß ja nicht, ob Babys noch da sind, ich hab nie wieder hinter diesen Schrank geguckt, in diesem Schrank, vor dem ich übrigens gerade sitze. Stell mal vor, irgendwann, wenn du ausziehst oder irgendwie umstellen willst oder so, musst du diesen Schrank verrücken und plötzlich kommen so hunderte von dieser Spinne einfach hinter dem Schrank hervor. Ach du Scheiße. Ja. Ich hab noch ein Thema, was ich ansprechen will, aber willst du noch ein Thema ansprechen kurz, weil ich rede ganz schön viel hier. Nee, ich hatte nur, ähm, nee, erzähl. Ja. Ich hab mal wieder was zu unserer wunderbaren Kategorie. Boah, weißt du, was mir schon wieder für eine Scheiße passiert ist? Aber eigentlich passt es gar nicht zu 100 Prozent, denn es ist jetzt keine, keine krasse, schlimme Sache, die mir passiert ist. Aber ich kam mir so komisch verarscht vor, letzte Woche. Ich war letzte Woche ganz kurz in der Stadt und bin in einen Secondhand-Laden gegangen, wo ich immer reingehe und mal gucke, was es dort gibt, weil die haben immer cooles Zeug. Und wirklich, ich war jetzt gar nicht groß shoppen, sondern ich wollte, wie gesagt, einfach nur diesen Laden auschecken. Und dann komme ich so rein und da steht halt dieser Kassierer an der Kasse und begrüßt mich so auf so einem sehr starken englischen Akzent. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwie so, ähm, er hat irgendwie, du hast schon gemerkt, er mag so, ähm, er mag Anglizismen. Und dann habe ich im Endeffekt, habe ich im Endeffekt ein Hemd gefunden, was ich mir dann kaufen wollte und es war dann so komisch, aber er hat quasi mehr Englisch als Deutsch mit ihr geredet, äh, mit mir geredet und meinte dann so, alright, bro, cool, dieses Hemd soll's sein, oder was? Und ich dachte mir schon, so verarscht, der mich gerade. Okay. Und ich so, ja, genau. Und er so, sweet, bro, richtig nice, das Hemd, sieht bestimmt mega nice an dir aus. Und wirklich so, jedes zweite Wort war einfach Englisch und auch so richtig amerikanisch, ähm, äh, wie sagt man, äh, pronounced, ähm, ausgesprochen. Also nicht so. Ja, so akzentmäßig halt so. Ja, also nicht so einfach so, so bro, sondern bro. So als würde er aus Kalifornien kommen, so. Sweet, dude. Als wäre er so ein Austauschschüler, der jetzt irgendwie ein halbes Jahr in Australien, in England, Australien, irgendwo in Amerika war. Ja. Der jetzt irgendwie denkt, er wäre Amerikaner. Und der war auch noch relativ jung, also ich schätze ihn mal so Anfang, Mitte 20 ein und dachte mir schon, hm, kennt der mich vielleicht und will der mich gerade einfach so auf den Arm nehmen? Naja, auf jeden Fall habe ich dann bezahlt und er so, ähm, äh, okay, du brauchst du eigentlich noch eine Tüte oder so, you need a bag? Und ich so, ähm, ja, aber habt ihr auch eine Tüte mit Henkeln? Weil die haben immer so, in diesem Laden kriegst du nur so quasi so Papiertüten ohne Henkel. Und ich so, naja, das brauche ich nicht, aber habt ihr irgendwas mit Henkeln? Und er so, ah, dude, tut mir mega leid, aber wir haben nichts anderes. Ich so, echt? Äh, beim letzten Mal habe ich so einen gebrauchten Jutebeutel von euch bekommen. Und er so, sweet, bro, stimmt, habe ich total vergessen. Und wirklich. Ach du Scheiße, das klingt wirklich, als wäre da irgendwie versteckte Kamera gewesen oder so. Ich verarsche dich nicht, er hat, er hat mich die ganze Zeit so voll gelabert mit diesem Englisch und, äh. Sweet, bro. Ja, wo redet man so? Also ich kenne nichts anderes als vielleicht San Diego, wo man so redet, wenn man Surfer ist, aber sonst redest du doch nicht so. Oh Gott. Ne, das ist ja auch super unangenehm. Ich könnte, wüsste gar nicht, wie, ich wäre ganz perplex die ganze Zeit. Ich könnte gar nicht antworten. Es ist so ein richtiger, irgendwie so ein richtiger Joke aus dieser Situation geworden, weil dann, also die haben, die verkaufen halt, weil es ein Secondhand-Laden ist, auch so Secondhand-Jutebeutel, weißt du? Ja. Und dann hat er mir dann so einen Jutebeutel hingehalten und meint so, ja, wir haben jetzt zum Beispiel den Berg hier, der ist von Rewe, was sagst du? Und ich so, ähm, okay, was sagst du noch so? Und er so, okay, I got you. Dann holt er den nächsten raus, ähm, Volksbank? Und ich so, okay, geht da noch was? Und er zeigt so den nächsten Beutel, keine Ahnung, was da drauf stand. Oh mein Gott, ist das geil. Pass auf, ich muss es mir nochmal vorlesen, weil ich habe es, ähm, im Wortlaut mir aufgeschrieben, was er gesagt hat. Mhm. Dann meinte ich, okay, dann nehme ich den Rewebeutel. Und er sagt, wirklich im Wortlaut, im Wortlaut, alright, cool. Dann kannst du jetzt so mega nice Grocery-Shopping-mäßig undercover unterwegs sein mit deinem Rewebeutel und drin ist dann einfach ein mega nices Hemd. Ganz viel Spaß damit. Und das hat er zu mir gesagt. Ich dachte so, willst du mich verarschen? So Grocery-Shopping-mäßig. Alter, ey, sorry, aber auf welchen Drogen war der? Das war ganz, ganz komisch, Julia. Und dann. Das ist ja absolut crazy. Vor allen Dingen, spätestens ab dem zweiten Satz, wenn ich so drauf wäre, ne? Ja. Ich würde, wenn die andere Person nicht mitmachen würde, ich würde doch aufhören. Ja, aber eher nicht. Das ist doch total weird. Und als ich dann aus diesem Laden rausgegangen bin, mit meinem Grocery-Shopping-Bag undercover, wo mein mega naises Hemd drin war, dachte ich dann so, boah, kennt der mich vielleicht wirklich? Und es war eine Anspielung darauf, dass ich in meinem letzten YouTube-Video, wo ich quasi so meine Situation erklärt habe, so ab und zu ins Englische gefallen bin, wo ich so meinte, äh, keine Ahnung, so, oh, bitch, was I wasted. Irgendwie, als ich mal so einen Quatsch so gesagt habe, weißt du? Jetzt denkst du aber auch, du bist der Mittelpunkt der Erde, ne? Aber wirklich, Julia, ich kam, du hast gerade selber gesagt, das ist so wie bei Verstehen sich Spaß. Das konntest du nicht ernst nehmen. Du konntest, du konntest nicht glauben, dass das zu sein, zu ihm als Mensch dazugehört. Aber Joey, wie weit hergeholt ist das denn, dass er dich sieht und dann an dein letztes Video denkt und dann daran denkt, oh, der hat da immer ganz viele englische Wörter benutzt. Das war total seltsam. Ich werde das jetzt so durchziehen. Ja, höchstwahrscheinlich nicht, aber ich dachte mir, ich, ich musste wirklich lange überlegen, ob der mich jetzt irgendwie verarschen wollte oder ob das einfach ein echt cringy Dude war. Ja, ich tippe darauf, dass es ein echt cringy Dude mit ein bisschen Substances in himself war. Sweet, bro, sweet. Sweet, bro, ja, sweet einfach. Ultra sweet. Weißt du, was auch ultra sweet ist? Dass wir letzte Woche die Kategorie 10 von 10 nicht beendet haben. Stimmt. Willst du mal was hören dazu? Ich habe noch drei offene 10 von 10 Aussagen für dich, die du bewerten musst. Ja, genau. That's what I was thinking about, you know, dude. Sweet, sweet. Warum sagt man eigentlich doch, man sagt sis, ne? Aber die meisten Mädels sagen auch zu sich bro, ne? Habe ich jetzt so mitbekommen. Was eigentlich auch voll sexistisch ist. James Charles hat das mit dem Sister einfach ein bisschen zerstört. Ja, das stimmt. Aber eigentlich voll sexistisch. Und ich muss kurz eine andere Story noch erzählen, wo ich mir auch dachte, krass sexistisch. Wo ich mir generell manchmal schon denke, also ich bin jetzt auch nicht mega gut, was Gendern angeht. Das muss auch erstmal so in meinen Sprachgebrauch kommen. Und manchmal fällt es mir auch einfach nicht auf, wenn ich Polizist, also quasi bei Polizist zum Beispiel nicht auch die weibliche Form sage. Aber einfach so, ich würde es gern, aber mir fällt es oft nicht auf. So, aber ich möchte gerne auch die Frauen in unserer Gesellschaft würdigen und sie auf die gleiche Stufe stellen wie die Männer. Das ist sehr nett von dir. Und ich verstehe es auch schon immer nicht, wenn so eine 50-jährige Sabrina, nee, Sabrina ist nicht 50, eine 50-jährige Sabine. Nee, Sabrina ist auf gar keinen Fall 50. Sabrina ist, glaube ich, so 35 oder so. Echt? Ich kann mir auch eine 15-Jährige vorstellen. Also eine 15-Jährige. Wer heißt denn noch, heißt denn noch Sabrina? Oh mein Gott, ich muss instant lachen, wenn ich mir das vorstelle. Boah, scheiße, ich fühle mich ja gerade aus, weil ich Drogen genommen. Ja. Auf jeden Fall. Sweet, Bro, der hat dir ein bisschen was angeboten, ne? Auf jeden Fall. War da noch was anderes? Undercover mit in deiner Grocery-Shopping-Tüte. Oh mein Gott, was ist gerade los mit mir? Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Nein, aber stell dir jetzt mal, es gibt doch so richtig viele von diesen 50-jährigen Sabinen. Ja. Die sich dann drüber aufregen, wie nervig Jen dann wäre. Wo ich mir denke, Bitch, ich mach das für dich. Warum hast du jetzt was dagegen, nur weil du noch innen dahinter hängen musst? Ist ja wohl nicht so schwer. Und da gab es so eine Situation, oder was? Ja, ich war letzte Woche, ich hatte drei Spanischkurse. Ich dachte mir so, nee, Alter. Ja, dreimal hintereinander, anderthalb Stunden mach ich nicht. Ich hab einen ausfallen lassen und ich bereue es auch nicht. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben geschwänzt, das ist mir in der Schule noch nie passiert. Echt? Zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Kann ich ja nicht relaten. Hast du so unentschuldigte Fehltage in deinem Zeugnis stehen? Ne. Ich hab das immer im... Ah, du hast ja noch im Hintergrund geregelt. Nein, so oft... Dein Papa kam dann... Ich hab nicht oft geschwänzt. Ich glaub, ich hab wirklich sehr, sehr selten geschwänzt. Nur einmal hab ich richtig unnötig zu meinem eigenen Vergnügen geschwänzt. Da hatte ich Religion in der zwölften, Schule war fast vorbei, ging eigentlich nur noch um die Abi-Klausur. Niemand hat mir irgendeinen Inhalt gemacht. Und dann bin ich einfach mit einer Freundin, die frei hatte, zu Ikea-Frühstücken gefahren während der dritten, vierten Stunde Religion. Und dann hab ich auch richtig Stress mit der Religionslehrerin bekommen, weil die mir nicht geglaubt hatte, dass ich wirklich krank war in der dritten und vierten Stunde, während ich in der ersten, zweiten und fünften, sechsten da war. Und dann hat die meine Entschuldigung, die ich dabei hatte, nicht angenommen. Und ich dachte so, scheiße, auf meinem Zeugnis werden jetzt einfach nicht entschuldigte Fehlstunden sein. Aber die waren einfach nicht da am Ende. Oha, Glück gehabt. Ja, ich hatte richtig Glück. Krass, aber ich hätte es auch von dir nicht erwartet, wenn es zu Fehl Tage gab. Aber egal, das Brötchen bei Ikea hat geschmeckt. Sehr gut. Und es war eh da, wo alles egal war schon, okay? Also es war nicht, dass ich wichtigen Unterricht geschwänzt hab. Das hab ich nicht getan. An dieser Stelle... Es war trotzdem nicht so gut. An dieser Stelle, alle Menschen, die zuhören, die noch in der Schule sind, nehmt euch kein Beispiel daran. Schwänzen ist mega unnötig. Zieht einfach durch und dann nach der Schule könnt ihr immer noch chillen. Obwohl, das klingt auch jetzt irgendwie doof. So von wegen, dann könnte Hartz IV Empfänger werden. Das ist halt echt so. Ich wollte gerade sagen, eigentlich nicht. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich hab zum ersten Mal in meinem Leben geschwänzt und ich hab's nicht bereut, weil ich kam dann in der Stunde, am nächsten Tag kam ich noch vollkommen hinterher. Und es ging in dieser Stunde im Spanischen um Familienbegriffe. Also was heißt Mutter, Vater, Onkel, Tante, Cousin. Und wir hatten dann quasi Mutter und Vater, Madre und Padre. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Madre. Und... Heißt Madre Mio, heißt das dann irgendwas mit Mutter? Ne, ich glaube, meine Mutter heißt Mi Madre, einfach. Aber was heißt denn Madre Mio? Julia, so weit bin ich noch nicht. Kannst du es mir dann bitte innerhalb deiner nächsten Spanischstunden erklären? Ich kenn Mio Mio Mate. Oder kannst du deine Spanischlehrerin mal fragen, was Madre Mio heißt? Das muss ja irgendwas mit Mutter sein. Weil ich kenn das immer nur so als, oh scheiße, Madre Mio. Sagt man nicht Puta Madre? Das heißt Hurensohn? Ich weiß es nicht. Mit solchen Begriffen beschäftige ich mich. Auf jeden Fall hatten wir dann auch den Plural davon. Also quasi... Sorry, was? Madre Mio, Italienisch. Oh. Oh. Okay, weitere Peinlichkeit gerade gelöst. Madre Mio ist Italienisch und heißt meine Mutter. Ja. Hatte doch mal was Gutes, dass Matthias dazwischen gefunkt ist gerade. Ja. Aber auf jeden Fall hatten wir dann eben auch neben Mutter und Vater auch den Begriff für Eltern. Und im Spanischen gibt es keinen Begriff für Eltern, sondern man nimmt einfach den Plural vom Vater. Also du sagst dann einfach... Also du sagst dann einfach Mi Padres. Also meine Eltern. Das finde ich nicht in Ordnung. Und du nimmst einfach den Mann. Und dann zum Beispiel der Mensch im Spanischen ist auch einfach das gleiche Wort wie Mann. Also Hombre. Das ist einfach nur der Mensch. Und das gibt es noch bei ganz vielen. Zum Beispiel irgendwie, wenn du von zwei Leuten sprichst und der eine ist männlich und der andere Mensch ist weiblich, dann sagst du, dann machst du den, das Personalpronomen davor ist trotzdem das männliche. Und... Das ist so scheiße. Ich glaube, ganz ehrlich, jetzt gerade wird mir alles klar. Ich glaube, dieses ganze Ding, warum überhaupt der Mann immer als oberstes oder normales genommen wird, ist, weil er sich ganz früher benachteiligt gefühlt hat. Weil ich habe den Podcast von Rezo und Ju gehört und da haben die darüber geredet, dass es anscheinend so ist, dass sich der Mensch quasi, wenn er im Bauch ist, da entwickelt sich ja irgendwann später erst das Geschlecht. Und es ist wohl so, dass jeder am Anfang irgendwie eine Vagina hat und sich daraus dann aber erst der Penis entwickelt. Ja, irgendwie die Schamlippen, die Schamlippen, die gehen zusammen und verschmelzen wieder und dann... Genau. Und dann entwickelt sich daraus dann erst der Penis. Das heißt, am Anfang sind wir alle eine Frau und dann kommt der Mann erst und vielleicht... Naja. Nee, Julia, ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil ich glaube, man ist nicht... Es ist fast so weit hergeholt, wie das der Typ im Laden dachte, dass er dich bashen will für dein Video. Ich glaube, du bist als Kind am Anfang einfach quasi genderneutral und hast quasi so ein unausgebildetes Geschlechtsorgan, was in beide Richtungen gehen kann. Aber ich glaube nicht, dass das vorher eine Full-on-Scheide ist, die dann zum Penis wird. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das war nicht so gut. Aber bei den beiden klang es so. Nee, irgendwie... Ich glaube, ich habe die Stelle auch gehört, irgendwie aus den Schamlippen wird später der Hodensack irgendwie sowas. Und deswegen hat man so eine Naht im Sack drin. Und deswegen hat man dann so eine Naht, so eine Narbe, ne? Ja, genau. Aber das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich habe dann auf jeden Fall, weil ich es nicht glauben konnte im Spanischunterricht, ne? Dass Eltern Padres heißt, habe ich dann nochmal so... Habe ich mich gemeldet und habe dann nochmal gefragt, so wie? Warum denn wie der Mann? Ist ja voll sexistisch. Und Julia, du kannst dir nicht vorstellen... Ich habe das auch so aus Spaß gesagt, so. Er ist ja voll sexistisch und habe dabei gegrinst, so. Alle Leute in diesem Spanischkurs drehen sich zu mir um und gucken mich an von wegen, was willst denn du jetzt? Willst du jetzt hier irgendwie so eine nervige Gender-Diskussion anfangen oder was? Und selbst die Lehrerin hat mich dann so komisch angeguckt. Ich dachte, ist das euer Ernst? Wir sind drei Typen und irgendwie sieben Mädels hier drin. Und ich setze mich für euch Frauen ein und ihr klotzt mich jetzt an, als wäre ich hier der letzte Arsch. Oha, du Armer. Hä? Dann haben die dich alle einfach richtig blöd angeguckt und du warst dann einfach so der Dofe vom Dienst oder was? Ja, im Endeffekt. Es war ja auch wirklich... Ich habe es ja jetzt nicht todernst gemeint von wegen, Oha, was für eine sexistische Kackscheiße hier. Ich wollte jetzt gar nicht wieder krasse Aktivist rüberkommen. Aber ich dachte mir so, hä? Warte mal, es muss doch irgendwas Neutrales geben. Wenn Eltern, also Eltern sind in den meisten Fällen ja männlich und weiblich. Wieso sagt man dann nur das Männliche? Und warum gibt es keinen Begriff quasi für beides zusammen? Das fand ich irgendwie doof. Ja, das ist schon crazy. Aber natürlich war ich jetzt nicht so entsetzt und habe mich dafür entschieden, jetzt nicht mehr Spanisch lernen zu wollen, weil ich nicht mehr damit einverstanden bin. Du hättest, es wäre so lustig gewesen, stell dir mal vor, du hättest dann wirklich einfach gesagt, wie, so ist das im Spanischen? Ne, das ist ja so sexistisch, diese Sprache will ich nicht beherrschen. Das geht gar nicht und wäre es einfach gegangen. Das wäre cool gewesen. Also wäre schon crazy gewesen. Nee, aber ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich mir so, weißt du, Sabine, du sitzt da vorne und glötzt mich jetzt blöd an und eigentlich mache ich es für dich, damit du als Frau irgendwie mal irgendwann in den Köpfen der Menschen gleichgestellt wirst. Aber so wird das nichts. So wird das nichts, wenn du dich so querstellst. Ich glaube, die meisten Frauen, die sind einfach so krass daran gewöhnt, dass das für die gar nicht mehr so, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Dass die das gar nicht rallen, dass es für sie ist. Ja, also ich will jetzt gar nicht mit irgendwie wissenschaftlichen Facts um mich werfen, aber ich habe mal ein Video darüber geguckt, dass es so ein bestimmtes Alter gibt, wo das Gehirn auch verweigert im Menschen, dass du deine Meinung nochmal von Grund auf quasi über den Haufen werfen kannst. Also die Meinung bildet sich ja im Leben eines Menschen nach und nach und wenn du irgendwie eine bestimmte Zeitspanne, ich kann jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal 40 Jahre, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es dauert schon lange, bis das nicht mehr dann geht. Aber wenn du so eine bestimmte Zeitspanne, eine bestimmte Meinung hast und davon auch überzeugt bist und danach versucht dir jemand zu erklären, dass eine andere Meinung quasi die richtigere ist oder versuch dich halt zu überzeugen, dass seine Meinung… Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Dann gibt es so einen Mechanismus in deinem Gehirn, der verweigert, dass du dir das annehmen kannst. Du kannst es nicht mehr glauben, es ist zu weit weg von dem, was du für richtig oder falsch hältst. Macht aber irgendwie auch Sinn. Ja, weil sonst wirst du, glaube ich, irre. Weil sonst könnte dir ja jeder immer irgendwas aufschwatzen und du würdest das glauben. Es ist ja auch irgendwo, ich glaube, irgendwo ist es evolutionär. Es ist wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen Selbstschutz so vom Gehirn dann ab einem Punkt. Keine Ahnung mehr. Aber dann auch irgendwie immer traurig, wenn man sich vorstellt, woher Gendern kommt, also weswegen Menschen jetzt gendern, weil sie den Frauen mehr Respekt geben wollen, beziehungsweise sie gleichstellen wollen. Und dann gibt es so Frauen, die so sagen, hä, das ist ja voll nervig, jetzt noch innen dran zu hängen. So eine Scheiße mache ich nicht. Wo ich mir denke, naja, gut. Ich glaube, die verstehen in dem Fall dann halt einfach den Sinn dahinter nicht, jetzt überall sowas Anstrengendes noch hinter zu hängen, weil das im Endeffekt nicht das Grundproblem löst ja auch irgendwie, ne? Ja, nicht von jetzt auf gleich, aber irgendwann musst du es ja angehen. Das ist ja genauso, wie wenn du sagst, ich will jetzt kein Vegetarier. Du musst halt irgendwo anfangen und irgendwo musst du es machen und dann halt. Es ist so, wie wenn du sagst, ich werde jetzt kein Vegetarier, obwohl ich Fleisch essen moralisch nicht vertreten kann. Weil alle anderen essen ja auch noch Fleisch. Aber Nachfrage bestimmt ja den Markt und irgendwo musst du anfangen. Du kannst nicht irgendwie von heute auf morgen sagen, alle essen kein Fleisch mehr. Aber wenn immer mehr anfangen, guck mal, wie es in 200 Jahren aussieht, dann werden weniger Menschen Fleisch essen. Also es ist halt, so musst du das Ganze ja sehen. Und klar, aus so einer älteren Generation kriegst du das nicht mehr, also mit der kriegst du es nicht mehr hin, dass die jetzt anfangen zu gendern. Boah, generell, wie viele Diskussionen ich schon mit älteren Menschen, besonders zum Beispiel am Set von Frühling, weil da arbeiten viele Leute, die über so 40, 50 sind. Wie viele Diskussionen ich schon hatte, als ich irgendwie da nur vegetarisch gegessen habe. Und die Frauen mir dann, also, es waren tatsächlich, glaube ich, nur Frauen, aber es ist auch egal, welches Geschlecht es war, mir dann gesagt haben, von wegen, ja, aber ich esse ja auch nur das und das Fleisch. Deswegen ist es ja okay, wo ich mir dann so dachte, wollen wir das jetzt wirklich, wollen wir das jetzt anfangen? Ganz ehrlich, da machen ja viele. Die rechtfertigen sich dann immer so darüber und das, also, das habe ich wirklich so oft schon gehabt, ne, wo ich da wirklich einfach dachte. Als ich zu meinen Eltern das erste Mal gefahren bin und dann meinte ich, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, meinte auch meine Mutter wirklich zu mir und ich weiß, es klingt wie ein schlechter Scherz, aber sie sagte so, ja, aber Hähnchen isst du schon noch, oder? Ja, ja, so war das ungefähr. Also, entweder sagen die Leute dann halt so, ja, aber wenn ich Fleisch esse, ich esse ja auch nicht jeden Tag in der Woche Fleisch oder ich esse ja auch nur Bio-Fleisch, ja, okay, ist schon mal besser als das ganze Ranzzeug, okay. Aber das war dann so, die haben sich dann immer so damit gleichgestellt und versucht, das dann so besser dastehen zu lassen und es gab auch ganz oft die Person, die dann gesagt haben, ja, aber ich esse ja auch nur Geflügel. Ja, aber ich meine, also ich meine für, also das Argument nur Bio-Fleisch zu essen oder weniger Fleisch zu essen ist ja, kommt ja immer darauf an, wohin gehend du argumentierst. Also, es gibt ja Vegetarier, weil sie nicht wollen, dass die Tiere sterben für sie. Es gibt aber Leute, die wollen das einfach klimabedingt machen, weil wegen den ganzen Emissionen durch irgendwie Rinderzucht und sowas. Es gibt aber auch welche, die sagen, weil sie einfach wollen, dass die Tiere irgendwie besser gehalten werden, bis sie sterben. Es gibt da ja auch unterschiedliche Stufen und Gründe. Also, es gab halt eine ganz bestimmte Situation, da war es so, da haben wir gegrillt und ich habe halt nur Beilagen gegessen gehabt dann, weil es gab nur Fleisch auf dem Grill so. Ja. Und dann hat diese Frau so zu mir gesagt, ja, aber das ist doch Bio-Fleisch, isst es doch. Ich so, ja, aber ich bin Vegetarier, ich esse gar kein Fleisch. Ja, aber ist doch Bio. So, ich so, ja, aber ich esse kein Fleisch. Ja, aber es ist doch Bio-Fleisch. Ja, aber ich esse doch kein Fleisch. So, ich so dachte, was ist das? Hä? Ja, ja, das ist echt ein schwieriges Thema. Als wäre das so, als wäre das dann kein Fleisch mehr. So, egal. Ja, kann sie halt nicht. Um zurückzukommen auf dieses Gender-Ding, ich glaube, das große Problem ist bei so, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal die Leute ab 50, die Frauen, die das dann selber nicht so verstehen. Ich glaube, viele von denen merken auch gar nicht, dass sie noch in bestimmter Weise benachteiligt sind, weil sie eben auch so daran gewöhnt sind, benachteiligt zu sein. Ja, für die ist das normal. Und ich glaube, daher kommt es am meisten, weil einfach, die checken gar nicht, dass sie dem Mann untergestellt sind, entsprechend sehen die kein Problem darin, dass Leute mit ihnen so reden. Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie dumm sind oder sich denken, ja, ist doch scheißegal oder sowas, sondern die verstehen es einfach nicht. Die wissen es gar nicht, dass es so ist. Weil es ist halt, die sind damit aufgewachsen, für die ist es ganz normal. Das kam ja jetzt erst mit der Zeit, mit dieser neuen Generation, dass die dann irgendwann die Frauen gesagt haben, hä? Ich finde das eigentlich kacke, wie es ist. Warum ist denn das so? Naja, egal. So, haben wir jetzt unsere Gender-Debatte auch hier abgehakt? Oh mein Gott. Ey, Joey, sowieso, ich glaube, wir müssen dieses 10 von 10 Ding einfach, müssen wir verschieben wieder auf nächste Woche, oder? Ey, komm, die drei Dinger machen wir noch. Wir haben es letztes Mal schon verschoben. Er ist eine 9 von 10, aber er antwortet immer erst nach mindestens vier Stunden auf deine WhatsApps. Auf deine WhatsApps, auf deine WhatsApp-Nachrichten. Kommt auf die Fasern, kann ich gar nicht so genau sagen. Also grundsätzlich, also am allerfrühsten antwortet er nach vier Stunden, egal wann und wie. Egal wann, immer grundsätzlich? Ja, ja. Es ist so jemand, der braucht... Was, er war eine 9? Eine 9. Boah. 6. Ich glaube sogar mindestens 5. Ich finde das ganz schrecklich. Also gerade so... Also... Gerade jemand, mit dem du in einer Beziehung bist, da musst du halt auch einfach dann kommunizieren können, wenn du willst. Weil du musst ja auf dich gegenseitig dich verlassen können. Ja, deswegen meinte ich gerade, kommt auf die Situation an. Weil grundsätzlich finde ich das jetzt nicht so schlimm, wenn jemand halt nicht durchgängig am Handy ist und die ganze Zeit chatten muss. Ja, ja, ja. Das würde mich auf Dauer auch nerven. Aber wenn es halt immer grundsätzlich so ist, dass die Person nicht früher als vier Stunden später antwortet, ne. Ja, da kannst du die... Also da kann die ja gar keine 9 von 10 werden. Weil, also... Die ist ja aber abgeschottet. Ja, das stimmt. Die kannst... Die kennst du ja gar nicht. Ja, das stimmt. Ne, aber ich finde das irgendwie... Also das Ding ist, man muss ja an dieser Stelle auch mal droppen, dass Julia auch keine so gute schnelle Antworterin ist. Aber seitdem wir diesen Podcast machen, merke ich so richtig, wie ich anderen Menschen priorisiert werde, was dein Chatverhalten angeht. Weil ich halt auch... Weil du halt mit mir oft kommunizieren musst. Also du musst halt, weil wir müssen aufnehmen. Und es ist so eine Erleichterung inzwischen, wie ich mit Julia kommuniziere, weil ich halt keine vier Stunden mehr warten muss. Das geht jetzt fix. Ach man, das klingt jetzt so, als wäre es wirklich so, alle Menschen, mit denen ich nicht arbeiten muss, sind mir egal. Aber das stimmt nicht. Ja, aber du bist halt gezwungen, das mit mir zu machen, weil... Also du bist halt gezwungen, mit mir zu kommunizieren. Ich bin auch generell besser darin geworden. Ich bin generell wesentlich besser geworden. Es liegt nicht an dir, okay, fühle dich jetzt nicht als was Besonderes. Ja, aber ich will mich jetzt mal besonders fühlen und dich niedermachen. Nein, ja. Das hast du nämlich verdient. Es ist auch tatsächlich so, dass... Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie... Es ist einfach so, ich lese Nachrichten, dann denke ich mir, ich antworte später und dann vergesse ich es drei Tage lang. Ja. So ist das ganz oft bei mir. Aber ich bin darin besser geworden grundsätzlich. Und auch wenn ich einer Person näher stehe und mehr in Kontakt mit der Person grundsätzlich stehe, dauerhaft so, dann habe ich das nicht so. Weil die ist dann irgendwie näher. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kenne das auch voll gut, dass wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du denkst, ja, ich will das jetzt kurz lesen, aber ich weiß eigentlich jetzt schon, ich kann nicht darauf antworten, dann lese ich es kurz. Und manchmal vergesse ich es dann auf ungelesen zu machen und dann dauert es halt ein paar Tage, bis ich dann antworte. Finde ich auch mega nervig. Aber grundsätzlich bin ich, mich triggert das so doll, diese Zahl zu sehen, wenn du da, wenn du zurückgehst in deinem WhatsApp-Chat und dann steht da die Zahl der Chats, die noch offen sind. Oh Gott. Willst du, soll ich dir das mal, soll ich mal droppen, wie hoch die Zahl bei mir ist? Drop mal, das sagt viel über dich als Person aus, glaube ich. Ich droppe es nicht. Soll ich mein zuerst sagen? Ja, sag deinen. Ich habe vier. Okay, Joey, ich kann das nicht sagen. Sag. Ich habe 76. Boah, Krise, ey, ich würde wahnsinnig werden. Aber, nee, aber Joey, da sind auch ganz viele Nachrichten drunter, auf die ich nie draufgegangen bin, weil ich nicht wollte, dass diese Nummer gesehen hat, dass diese Nummer existiert. Weil ich kriege öfters mal Nachrichten von Nummern und Leuten, die ich nicht kenne, die dann irgendwie, keine Ahnung, wo meine Nummer halt geleakt wurde. Ja. Weißt du? Ja, ja. Von irgendwie Fans oder sowas. Da gehe ich dann gar nicht erst drauf, damit die nicht sehen, dass die Nummer existiert. Ja, aber dann archiviere das doch mal. Aber trotzdem, das ist eigentlich kein Argument, weil es sind trotzdem einige da drunter, dessen Nachrichten ich einfach nicht gelesen habe. Wie gesagt, mir passiert das auch manchmal, aber ich versuche dann irgendwie dann doch regelmäßig, das dann wieder zu klären, weil ich fühle mich dann irgendwie auch so richtig, ich weiß nicht, mich triggert das halt einfach richtig krass. Ja, bei mir ist der, ich kann es voll nachvollziehen, ich hatte das auch mal, aber bei mir ist der Zeitpunkt einfach abgefahren. Das ist einfach, der Zug ist abgefahren, aber komplett. An dem Punkt, da sind halt auch wahrscheinlich Chats von vor zwei, drei Jahren drin, da kann ich jetzt nicht mehr aufgelassen. Das kann ich ja nicht mehr machen. Hä? Du kannst ja aber dahin gehen und kannst den archivieren, dann ist er weg wenigstens, dann hast du es nicht mehr. Ja, aber dann habe ich so viele archivierte Chats, das ist ja noch schlimmer. Hä, die siehst du doch nicht, die sind doch weg. Doch, die sind dann immer so oben. Wenn du dann so hochgehst, dann siehst du immer archivierte Chats. Ja, aber da steht ja nicht, du laberst ja einfach gerade Scheiße. Egal, okay, next one. Okay, also sechs von zehn sagst du, anstatt neun von zehn? Fünf von zehn. Ich sag vier. Okay, der nächste ist eine vier von zehn, aber er hat mit 18 Jahren sein Unternehmen für 6,7 Milliarden Dollar verkauft und wohnt jetzt abwechselnd in seinen Villen in Miami, Ibiza, Bali und Rio de Janeiro. Eine vier von zehn. Also du willst mir einfach sagen, was ist, wenn der Typ hässlich ist, aber reich? Bist du käuflich? Er ist ja nicht, er ist ja keine komplette Enttäuschung. Er ist eine vier von zehn. Es ist ja fast noch. Ja, nee, das ist trotzdem. Es gibt eine, da fällt mir direkt ein Beispiel ein. Es gibt eine Influencerin aus Amerika, ich nenne jetzt ihren Namen nicht, weil ich will ihr das auch nicht unterstellen, aber von meinem Gefühl her, die ist mit jemandem zusammen, der wirklich extrem scheiße reich ist und seitdem hat die ein Lifestyle Deluxe. Die ist die ganze Zeit im Privatjet unterwegs, trägt weiß ich nicht was für einen Schmuck und ist in den krassesten Urlauben mit dem. Aber der sieht absolut nicht so aus, als würde sie normalerweise mit ihm zusammen sein. Und davor die Typen, die sie hatte, die sahen immer aus wie die krassesten Models und er jetzt wirklich absolut nicht mehr. Ja, okay, das ist ein Argument. Also, weißt du, es ist kacke, das jetzt so zu sagen, aber bei ihr sieht man das einfach so krass, dass es genauso ist und sowas finde ich so schrecklich. Ich wollte gerade sagen, kann ja auch wirklich sein, dass sie nicht auf diesen Durchschnittstypen steht, also das, was gesellschaftlich als schön anerkannt wird, aber wenn du sagst, vorher hatte sie nur die typischen Models, dann sorry, aber du bist nur wegen dem Geld bei ihm. Ja, das ist halt genau das Ding. Normalerweise würde ich einer Person das absolut nicht unterstellen, aber bei ihr ist es halt so offensichtlich. Und deswegen ist es so, ich finde das so schrecklich. Aber stell dir vor, guck mal, der hat Willen in, ich lese nochmal vor, Miami, Ibiza, Bali und Rio de Janeiro. Ja, das ist toll, aber wenn ich ihn sonst eigentlich gar nicht attraktiv finde, weil er einfach eine 4 von 10 ist, dann bringt mir das auf Dauer ja auch nichts, weil ich meine, ja, dann hast du halt das schöne Leben mit Bali und Ibiza und keine Ahnung was, aber du musst den Typen ja trotz, also das funktioniert doch nicht. Du kannst dir doch nicht dein Leben lang einbilden oder dir einreden, dass du den attraktiv findest. Nein, geht auch nicht. Nur damit du ein schönes Leben hast, das funktioniert doch gar nicht, ich könnte das nicht. Wenn ich jemanden nicht attraktiv finde, dann kann ich den auch nicht, es geht nicht. Egal wie toll die Villa ist. Ich glaube, aber es gibt tatsächlich viele Menschen bei denen, die sich das dann so einreden von wegen Scheiß drauf. Ja, natürlich, sonst würde es doch auch nicht so viele geben mit so Sugar Daddys und sowas. Stimmt. Das ist doch genau dieses Ding, es gibt so viele junge Frauen, ich habe das persönlich noch nie erlebt, aber es gibt es ja, die dann halt irgendwie mit so 70, 80-Jährigen zusammen sind. Das könnte ich auch nicht, aber ich glaube, weiß ich nicht, muss einfach abgebrüht sein oder es ist ja die Einbildung. Du musst schon abgebrüht sein, um einfach darauf zu warten, bis dein Mann stirbt, damit du alles erbst. Ja, extrem. Also ich meine, es gibt bestimmt auch in den wahrscheinlich selteneren Fällen den Fall, dass es halt wirklich echt ist. Ja. Sowohl bei hübschen Frauen, die nicht so attraktive, reiche Männer haben oder weiß ich nicht was. Ich will das gar nicht so sagen von wegen, dass alle nur wegen dem Geld mit den Leuten zusammen sind. Aber wenn ich den nicht attraktiv, also ja, ne, vier von zehn. Ja, es gibt auch Leute, die sind mit anderen Leuten zusammen, die 60 Jahre älter sind und die haben auch kein Geld. Dann ist es aber halt auch einfach, weil sie draufstehen. Ja, aber ist ja auch okay, solange die nicht zwölf sind. Ja, dann ist es okay, dann finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Ja, aber wenn ich den eigentlich halt, ja, vier von zehn. Für mich auch vier von zehn. Und du? Vier von zehn. Mhm. Ich? Sicher? Ne, ganz ehrlich, wenn ich nach Bali will, fliege ich halt einfach hin. Ja, okay. Ne, aber ich sehe das ganz genau so. Aber auch wenn du jetzt, wenn du nicht nach Bali fliegen könntest, einfach so, wenn dein Kontostand es nicht, hergeben würde, immer noch vier von zehn. Ich glaube, du verwickelst dich da in so krumme Angelegenheiten, wenn du dich da einmal drauf einlässt. Und, ähm, ach, was weiß ich, was da, was diese superreichen. Was heißt krumme Angelegenheit? Es ist einfach, es ist einfach scheiße. Ja, aber ich glaube, aus dieser Sache dann erst mal wieder rauszukommen, weil wenn du dich darauf einlässt, ähm, auf jemanden, den du offensichtlich nicht attraktiv und vielleicht sogar nicht mal sympathisch findest und sagst, ey, aber wegen des Geldes mach ich das jetzt, dann weißt du ja schon, dass das irgendwie zeitlich limitiert ist. So, und dann stell dir mal vor, du versuchst aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Ist ja voll schwierig. Naja, du kannst halt einfach Schluss machen. Ja gut, aber, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu empathisch, aber mir würde dieser Mensch so unglaublich leid tun. Ich fände es irgendwie... Naja, der kann dir schon alleine leid tun, weil du genau deshalb mit ihm zusammen bist. Da ist es ja nicht viel schlimmer, dann mit dem Schluss zu machen. Ja, das stimmt. Ja, deswegen würde ich halt auch nicht zusammenkommen. Das ist ja von Grund auf einfach krass. Ja, also wie gesagt, moralisch könnte ich es niemals mit mir vereinbaren, sowas zu machen. Ja, gut. So, next one. Habe ich wieder weniger Geld. Okay, kommen wir zur letzten. Und zwar erst eine 8 von 10. Und jetzt bin ich echt gespannt, was du sagst. Aber er furzt regelmäßig, wenn man zu zweit ist. Also, wenn du mit ihm zusammen bist, alleine auf der Couch, furzt er regelmäßig. Was ist regelmäßig? Na schon, also, zwei-, dreimal am Abend kommt es auf jeden Fall vor. Oder am Tag. Jeden Abend? Zwei-, dreimal? Also, damit, also, manchmal stinkt es, manchmal nicht. Manchmal stinkt es, manchmal nicht. Ja, aber er furzt offensichtlich. Und es gibt ja so Menschen, die das ganz, ganz schlimm finden und ganz, ganz unattraktiv und sowas. Nö, ich finde das nicht schlimm. Nö. Wie wäre das? 8 von 10? 8 von 10. Immer noch eine 8, wenn es nicht immer stinkt. Wenn es immer stinkt und wirklich eklig ist, dann eine Siegung. Ja, okay, wenn es so ein Güllefurz ist, nonstop quasi. Ja, wenn es nur Güllefurze sind, dann geht es gar nicht. Dann finde ich es auch richtig, also dann, wenn das wirklich so oft ist. Aber grundsätzlich, wenn du damit eigentlich nur darauf zielen wolltest, ob ich das schlimm finde, wenn jemand pupst. Ja, ich glaube, ich hatte eher so im Kopf diesen Sound des Furzes. Also nicht den Geruch, sondern manche sagen ja so, iiih, was, du furztest? Das ist mir egal. Also es kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass der, also, mit Respekt pupsen kann man das, glaube ich, nennen. Und weißt du, wenn es jetzt, nee, nee, es geht nicht mal darum, ob man irgendwie mit anderen Menschen ist, sondern mit Respekt meine ich einfach so, wenn du gerade am Essen bist oder so, hätte ich jetzt keinen Bock, dass der die ganze Zeit da rumpupst. Aber wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn man im Bett liegt oder auf der Couch, finde ich das jetzt nicht, das finde ich tatsächlich schlimm. Ja, ja, gut, beim Essen, wenn du gerade so dir deine Gabel reinschiebst und dann kommt so lauter Furz. Wenn er so ein Ekliger ist, wenn er so ein Ekliger ist und das immer so extra macht und dir auch so... Ja, und dich danach auch noch so angrinst. So respektlos halt, oder, ja, dich angrinst oder dir ins Gesicht pupst absichtlich und das geil findet. Nee, das finde ich nicht cool. Aber wenn es halt einfach so ist und passiert, dann finde ich es nicht schlimm. An so einen Fall habe ich gar nicht gedacht. Nee, das finde ich, dann würde es bei mir auch nach unten gehen, punktzahlmäßig, wenn das so ein Ekliger ist, der sich immer darüber freut, wenn er dir ins Gesicht furzen kann. Ja, das finde ich abartig. Aber wenn das halt einfach, also... Aber an sich... Dann ist mir das egal. Ich muss sagen, ich finde es an sich gar nicht eklig, wenn jetzt jemand furzt, wenn er furzen muss. Also ich finde es voll unnötig, außer man ist halt wirklich gerade beim Essen oder so oder in der Öffentlichkeit, wenn er das dann einfach raushaut, das Ding. Genau. Das machst du ja bei mir auch sowieso schon. Echt? Mache ich das schon bei dir? Ja, ab dem Punkt, wo du damit angefangen hast, dachte ich so, ach, jetzt sind wir befreundet, das ist aber schön. Und das machst du auch schon ein paar Jahre mittlerweile. Wenn wir Videos gedreht haben oder so, hast du es manchmal einfach... Das war doch egal. Ich habe, glaube ich, auch sogar mit dir schon mit auf einer Tür gepinkelt und sowas, ne? Naja, vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, hast du sogar auf dem Klo gesessen, als wir angefangen haben zu facetimen. Wollen wir das jetzt auch öffentlich sagen? Naja, egal. Ja, ist doch nicht schlimm. So die FK hin. Ne, ich finde sowas, ne. Ich finde das nicht schlimm, solange es halt nicht eklig gemeint und respektlich ist, so. Ja, sehe ich genau so. Dann ist es mir egal. Okay, also bleibt eine 8 von 10. Ja. Für mich auch. Jut. Jut. Aber hast du auch geklärt. Schön. Oh, das macht echt Spaß. Das waren vor allen Dingen diesmal jetzt nicht so super oberflächliche Dinge, sondern so, also auch nicht tiefgründig, aber schon mehr. Ja? Mit Bedeutung. Habe ich gerne so rausgesucht. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Ja, habe ich gemerkt. Hast du toll gemacht. Nächste Woche bist du dann wieder dran. Oh, okay. Ja gut. Machen wir. Okay, das war eine sehr lange Folge. Julia, ich wünsche dir nochmal ganz viel Kraft für deinen letzten Aufenthalt in Bayerisch Zell, bevor du ein bisschen wieder frei hast. Und ich muss auch wirklich sagen, ich freue mich, wenn du wieder einen klareren Kopf ab der nächsten Folge hast bei der Aufnahme und keine Scheiße mehr passiert. Jep. Ja. Dann bin ich nämlich nicht mehr so nervig und dann funktioniert hoffentlich auch alles wieder besser. Da freue ich mich doch drauf. So, und weißt du, was ich jetzt mache? Ja, das freuen wir uns alle. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Ja, viel Spaß. I wish I could go into the bed. Ich erzähle dir gleich, was ich jetzt mache. Na super. Okay, Leute. Es war mir mal wieder eine Freude. Es hat mir super Spaß gemacht. Und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns in der nächsten Folge. Bis, bye. Bye. Tschüssi. 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 Vielen Dank.